Guten Abend meine Damen und Herren, mein Name ist Thorsten Rinke und ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserem Biff Talks, Kino, Streaming, Festivals, hybride Formate und Strategien im Rahmen des 35. Internationalen Filmfest Braunschweig. Und ich freue mich wirklich, ich glaube das letzte Mal, dass ich das hier gemacht habe mit dem Biff Talk war 2019, dass wir heute wieder Zuschauer hier haben. Schön, dass Sie alle hier sind. Vielen Dank. Kinos und Filmfestivals sind Räume, die einmalige Sichtungsbedingungen ermöglichen. Für mich ist ein Kino ein Kulturgut und wir müssen aufpassen, dass dieses Kulturgut nicht kaputt geht. Online-Alternativprogramme beherbergen zwar Potenziale, doch stoßen hinsichtlich des sozialen und kulturellen Werts an ihre Grenzen. Wie gehen Kinos, Festivals und Verleih mit den aktuellen Veränderungen um? Welche Strategien und Formate finden sich? Dieses Panel ist in Kooperation mit Creative Europe Media Desk Hamburg entstanden. Das Panel wird moderiert von Telke Rieck. Schön, dass du hier bist. Sie ist seit 2018 Geschäftsführerin des kommunal unterstützenden Kinos Luminière und des 2020 neu eröffneten Kinos Melisiers in Göttingen. Ich meine Französisch. Dort ist sie im Team mitverantwortlich für die Programmplanung und Konzeptentwicklung und so auch für das jährlich stattfindende Europäische Filmfestival. In diesem Jahr geht das Filmfest Braunschweig mit einem hybriden Konzept an den Start. Das heißt, mit dieser Kombination aus Präsenzveranstaltungen und Online-Angeboten nehmen wir in diesem Jahr was vorweg, was sich wahrscheinlich zukünftig in der Festivallandschaft etablieren wird. Wir werden es sehen. Wir erweitern mit unserer digitalen Leinwand unsere Reichweite in ganz Deutschland. Das Braunschweiger Filmfest wird im November in deutschlandweit zu sehen sein und es ist echt wahr. Wir kriegen Anfragen aus München oder aus Rügen, wie sie uns denn anschauen können. Das ist für uns als niedersächsisches Festival schon eine großartige Geschichte. Aber dafür, dass weiterhin die Präsenzteil des Festivals im Vordergrund steht, da wir nach wie vor fest daran glauben, dass ein Film auf eine große Leinwand gehört ins Kino als magischen Ort, wollen wir durch verschiedene Events das Publikum in die Kinos zurückholen und somit den Festivalcharakter stärken. Weil wir haben alle die Erfahrung gemacht, die hier sitzen, dass im Moment eine Menge pandemiebedingte Ängste gibt, um die Leute wieder ins Kino zu bekommen. Dies wollen wir zum Beispiel mit einem ausgeweiterten Angebot für direkte Begegnung mit Filmschaffenden, so wie hier zum Beispiel, mit Sonderevents sowie mit Pressevorführung zur Ausweitung der medialen Resonanz erreichen. Wir hoffen so, das Erlebnis Kino den Menschen wieder näher zu bringen, den dunkel werdenden Saal, den sich öffnen Vorhang, die Erwartung gleich etwas ganz Besonderes zusammen mit anderen zu erleben, das Gefühl von Gemeinsamkeit. Gemeinsam lachen, gemeinsam heulen, gemeinsam sich hinterher über den Film austauschen. Digitalisierung, finde ich, kann in diesem Zusammenhang einen Beitrag zur Nachhaltigkeit bei Filmfestivals leisten. Verzicht auf Flüge von Gästen aus Übersee zum Beispiel. Man kann dann über Videobotschaften arbeiten. Man kann aber auch letztendlich sich vorab nominierte und Gewinnerstatements produzieren. Man kann Patenschaften machen mit Werbung und so. Aber bei all dem bleibt für mich, Filme gehören auf eine große Leinwand. Danke. Ja, danke Thorsten. Und ich hatte ja vorhin schon kurz gesagt, im Prinzip legst du damit den Ball auf den Elfmeterpunkt. Jetzt müssen wir eigentlich nur noch einschießen und dafür haben wir hier, finde ich, sehr illustre und auch irgendwie vielseitige Gäste, die ich jetzt gerade mal vorstelle. Und ich fange da auch direkt mit dem nächsten Festivaldirektor an, nämlich mit Thorsten Neumann. Er ist Festivaldirektor vom Filmfest in Oldenburg. Ihr habt 2020 komplett online das Festival stattfinden lassen. Nein? Oh, das ist ja gleich irgendwie etwas. Da habe ich gehört, irgendwie alles online und jetzt dieses Jahr habt ihr es hybrid gemacht. Wir haben 2020 tatsächlich auch, oder da haben wir es ganz extrem gemacht, hybrid. Aber wir finden ja im September statt und das ist so diese kleine geöffnete Tür scheinbar, die wir jetzt auch in diesem Jahr ja so erlebt haben, wo es so, bevor die Zahlen wieder hochgehen, so ein bisschen was erlaubt war. Und da durften wenig Leute ins Kino. Aber wir haben sozusagen auch 2020 schon gesagt, sobald da irgendwie eine Möglichkeit besteht, ein Kino zu bespielen, müssen wir das als Festival auch machen, weil sonst machen wir irgendwas falsch. Das war so die Idee. Und da haben wir aber natürlich ein relativ umfangreiches digitales Modell drum herum gebastelt. Und das haben wir in diesem Jahr erhalten, aber viel weniger digital und viel mehr in-person, real im Kino gemacht. Ich werde gerade gebeten, irgendwie den Platz zu wechseln. Das mache ich mal eben. Ich muss nur meine Notizen mitnehmen, die Uhr, das Wasserglas, den Stift und das kriegen wir auch alles hin. Ich versuche es nicht fallen zu lassen. Danke, Torsten. Als zweite Beteiligte hier an dem Panel haben wir Carolin Bosse. Carolin Bosse ist gerade sozusagen im Übergang, war und ist immer noch, um es in andere Hände zu geben, bei Alles Kino, einer Video-on-Demand-Plattform, die in erster Linie deutsche Filme streamt und fängt jetzt an als Head of Sales bei Port-au-Prance, also das heißt beim Verleih und ist da mit Sicherheit auch irgendwie für Strategien zuständig, was Auswertung in digitaler Form anbelangt, oder? Genau. Das wird sich alles noch formen. Es gibt viele Ideen und mal schauen, wie jetzt der Schritt in die nächste Form dann aussehen wird, sich gestalten. Ich nehme auf jeden Fall viel mit an Erfahrung, wie man ja auch Filme auswerten kann. Als nächsten in der Runde haben wir Johannes Thomsen, der ist wahrscheinlich irgendwie schon überregional bekannt irgendwie, weil er mit seiner Frau oder Partnerin irgendwie Wiebke das Lodderbust in Hannover betreibt. Nicht nur das kleinste Kino von Hannover, wie er selber irgendwie auf seiner Homepage schreibt, sondern eben das kleinste Kino der Welt mit nur 24 Sitzplätzen auf 39 Quadratmetern. Das ist kuscheliges Kino. Aber während, also ihr habt ja schon irgendwie am 11. März geschlossen und habt dann eben auch angefangen, Sachen zu streamen. Allerdings irgendwie ganz anders. Nicht über irgendeine Plattform, sondern in Eigenregie. Ja, erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf, dass ich mit den Kolleginnen und Kollegen zusammensitzen darf. Genau, wir haben ein Online-Kino, versucht ein echtes Online-Kino aufzubauen, also eine pandemiebedingte Alternative zum echten Kino. Wie das genau funktioniert hat später. Okay. Oder soll ich das... Nee, also ich spreche dich gleich nochmal darauf an und weil das ist schon spannend, also einfach das, was ihr gemacht habt und auch was da an Output kam, an Zuschauerinnenzahlen und so, das ist ja schon hochspannend. Kommen wir gleich nochmal drauf. Und last but not least, wie es so schön heißt, irgendwie Holger Tepe, Geschäftsleiter beim City 46, also einem kommunalen Kino in Bremen. Auch sonst schon lange in der Kinolandschaft unterwegs gewesen und ist eben auch unter anderem irgendwie beim Filmbüro in Niedersachsen und irgendwie bei Nordmedia im Aufsichtsrat. Das heißt also auch gut vernetzt und als kommunales Kino arbeitet ihr mit Cinema Lovers. Cinema Lovers ist ein Netzwerk von Kinos, die sich zusammengeschlossen haben, aber nicht nur, sondern es ist eben auch Cinephil unterstützt da und das Filmwert heißt es irgendwie Potsdam. Das ist ein Netzwerk eben tatsächlich für Kinos, die ihren eigenen Content da drauf stellen. Das ist richtig so, oder? Das ist im Großen und Ganzen erstmal richtig so. Danke. Genau, also das heißt irgendwie, hier sitzt viel Erfahrung mit eben Streaming, mit verschiedenen Möglichkeiten und Formen, Kino, Filme, ist das Kino, ist das kein Kino, eben auch ins Netz zu bringen. Und ich glaube irgendwie, wir fangen tatsächlich zu diesem Zeitpunkt dann nochmal an mit Johannes, weil wir haben es ja eben schon angesprochen, ihr habt eigenständig Filme gestreamt, nachdem ihr den Lockdown hattet. Genau, also wir haben angefangen, es war am 11. März, haben wir zugemacht, haben erstmal zu Hause oder beziehungsweise in unserem Kino gesessen, geheult, gedacht, okay, jetzt haben wir das mühselig aufgebaut. Das ist auch nicht, also ich glaube, das können alle nachempfinden, es ist schon nicht leicht, ein Kino zu betreiben in dieser Zeit, aber es ist noch, glaube ich, nochmal eine andere Sache, wirklich den Mut aufzubringen, ein Kino aufzumachen, dann auch noch in der Größe. Und wir waren sehr, sehr traurig und haben dann aber relativ schnell diese Trauer in positive Energie umgewandelt, haben gesagt, komm, was können wir machen, irgendwas müssen wir anbieten, wir gehören zum Kulturbetrieb, wir können nicht da sitzen und abwarten, wer soll kreativ sein, wenn nicht wir. Und dann haben wir Verleiher angerufen und haben gesagt, hier, wir hätten eine Idee, wir würden euren Film online spielen und dann kam ein schallendes Gelächter und nee, auf gar keinen Fall, also geht nicht. Ja, dann mussten wir uns was anderes ausdenken und dann haben wir uns mit dem Laptop in unser Kino gesetzt, das war wirklich alles gruselige Technik, also wir haben mit so einem, einfach mit einer Laptop-Kamera und dem, was da war, haben wir eine Verbindung aufgebaut und haben einen Livestream auf Twitch gesendet, jeden Abend und uns dabei aufgenommen, wie wir aus unserer Sicht schlechte Filme gucken. Also wir haben uns live dabei gefilmt, hatten dann so einen Live-Chat laufen und haben den Leuten zu Hause gesagt, so, macht das doch parallel an, der ist auf Netflix oder sonst wo, wir haben jetzt keine Möglichkeit, euch den zu zeigen, macht euch den an, wir haben einen Zeitstempel genommen und gemeinsam gestartet. Und das hat so gut funktioniert, da waren am Anfang gleich beim ersten Abend 60 Leute, die da mitgemacht haben und dann haben wir das jeden Abend gemacht und irgendwann war uns das aber zu blöd, da haben wir dann gesagt, nee, also nochmal jetzt Fifty Shades of Grey, das, nee, das hat sich jetzt auch ausgelacht, also das war lustig, aber jetzt wollen wir irgendwie ein bisschen was Gehaltvolleres machen und dann haben wir glücklicherweise Max Glischinski, der hat seinen Debütfilm Karl Schlank in Hof, hat mit dem Film den Förderpreis Neues Deutsches Kino gewonnen, den haben wir angerufen und haben gesagt, hier, wie sieht es aus, hätte es Bock, den online auszuwerten und dann meinte er, ja, das ist schwierig, aber ich kann mir das schon vorstellen, ich spreche mal mit ein paar Leuten und dann haben die uns tatsächlich den gegeben, den Film und also wir haben das nicht als On-Demand gemacht, sondern haben gesagt, wir senden eine Live, also wir stellen eine Live-Sendung Online, in der wir den Film live zeigen, das heißt also man musste pünktlich kommen, man konnte nicht zurückspulen, der Stream war auch danach für immer weg, also man konnte das nicht im Re-Live nochmal angucken, sondern musste sich wirklich dann was vornehmen für den Abend und sagen, ich bin um 19 Uhr da und gucke mit, dann haben wir die Sendung anmoderiert und haben dann den Film live gezeigt und im Anschluss hatten wir über Zoom dann die Filmschaffenden im Live-Gespräch, also in einem quasi so einer Art Q&A, nur mit dem Unterschied, dass die Leute da anonym rein chatten konnten über den Chat und das haben, also das hat tatsächlich viel besser funktioniert als im Kino, weil die Bereitschaft der Leute in einem Kino live sich zu äußern und eventuell Gefahr zu laufen, irgendwas Falsches zu sagen, ist halt immer wieder da und das machen viele nicht, da war es so in dieser Anonymität, die Leute haben einfach die Möglichkeit genutzt, haben diverse Fragen gestellt und da haben sich dann Filmgespräche bis in die frühen Morgenstunden ergeben und das war sehr, sehr fruchtbar, fand ich, oder fanden wir beide. Das haben wir 100 Tage am Stück gemacht und hatten in diesen 100 Veranstaltungen 60.000 Zuschauerinnen und Zuschauer. Das war unsere Pandemiebewältigung. Finanziert haben wir das über Spenden, also das war kostenfrei das Angebot, wir haben uns da also förmlich kaputt gemacht, was aber auch gut war, also wir sind nie zum Nachdenken gekommen, was macht jetzt diese Pandemie gerade mit unserem Kino, sondern wir haben einfach weiter Kino gemacht und so hat sich das auch angefühlt, wir haben Programme gestemmt, wir haben Leute angerufen, wir hatten einen Abend mit Andreas Dresen, haben einen Abend mit Axel Hacke gemacht, der hat seinen Lieblingsfilm vorgestellt. Haben sogar einen Abend mit Uli Potowski gemacht, irgendwie sowas total Abgefahrenes zu einem Tennisfilm. Und sogar einen internationalen Richard Stanley hatten wir, der saß in Südfrankreich auf einer Straßenkreuzung mit Schlapphut, weil er da Internet hatte und hat dann seinen Color Out of Space da präsentiert. Und da waren irgendwie 1.800 Leute an dem Abend und haben, ja, da sitzt jemand im Publikum, der es gesehen hat. Das war also so, dass der Chat so durchlief und wir gar nicht mehr lesen konnten, was da stand. Also wir konnten da gar nicht mehr richtig folgen. Wir haben dann immer so ein bisschen was rausgepickt und haben ein paar Fragen gestellt und haben sich noch Leute über unser Englisch oder über mein Englisch lustig gemacht. Also ich fand das eine sehr bereichernde Art und Weise. Es kann, und das sind wir beide auch, da sind wir völlig einer Meinung, das kann nicht den Moment ersetzen, indem man in diesem schwarzen Kubus sitzt und einfach dieses besondere Gefühl hat, auch diesen Geruch im Kino, das ist irgendwie so ein haptisches Gefühl, das kann man nicht ersetzen durch sowas. Aber es hatte zumindest so eine soziale Komponente, die uns beiden unglaublich gut gefallen hat und den Leuten auch, sonst hätten sie ja nicht wieder eingeschaltet. Und mit den Spenden haben wir halt die Filme gemacht, also wir haben die Spenden 1 zu 1 weitergegeben, wir haben davon nichts behalten. Wir haben am Ende noch draufgezahlt, weil wir die Spenden noch versteuern mussten. Es war ein bisschen dämlich, das hätten wir ein bisschen anders machen müssen. Aber gut, so konnten wir dann natürlich unsere Kolleginnen und Kollegen in der Filmbranche auch nochmal ein bisschen unterstützen und konnten auch ein Signal senden, so wir ziehen mit euch an einem Strang und nehmen nicht einfach nur eure Filme, ballern die den Leuten raus und ihr habt nichts davon. 60.000 finde ich irgendwie eine echte Hausnummer, muss ich mal so sagen. Also die sich irgendwie das angucken, sozusagen aus dem Wohnzimmer heraus irgendwie gestreamt. Wir werden mit Sicherheit nochmal auf Zahlen zu sprechen kommen. Ich glaube, es herrscht Konsens, dass das das Kino nicht ersetzen kann. Ich glaube, darüber müssen wir gar nicht mehr diskutieren, ob das jetzt sozusagen ersetzend ist und ob man dadurch das Kino abschaffen kann oder wie auch immer. Ich glaube, das ist nicht der Punkt, sondern eigentlich ist die Frage ja, was bietet es für Perspektiven? Gibt es da welche? Hat es einen Mehrwert? Hat es irgendwie etwas, wodurch sich Kino ergänzen lässt? Wodurch wir nicht nur unsere pandemiebedingten Einbußen vielleicht wieder reinholen? Also weil man sagt irgendwie, ja, wir können jetzt nur zur Hälfte besetzen, also streamen wir. Sondern gibt es irgendwie Möglichkeiten, auch diese digitale Form zu nutzen, um das Kino zu erweitern? Wir haben jetzt eben schon gehört von Thorsten Rinke, irgendwie Nachhaltigkeit. Deswegen würde ich jetzt die Frage auch gerne mal an den Festivaldirektor geben, der auch eine Hybridform macht. Was siehst du da für Perspektiven oder was siehst du da für Möglichkeiten? Ergänzt es das? Erweitert es die Möglichkeiten? Also als wir uns mit dieser Situation auseinandergesetzt haben, wollten wir ja, also sagen wir mal so, wir sind ein furchtbar ehrgeiziges Festival und wir haben so über Jahre versucht, Premieren auch zu veranstalten und nicht nur aus Eitelkeit, sondern sozusagen ein bestimmtes Kino irgendwie zu fördern und eine Stärke irgendwie daraus zu entwickeln. Und das ist uns eigentlich ganz gut gelungen. Und in diesem, also 2020, vor fast zwei Jahren, in dem Jahr, haben wir dann natürlich auch überlegt, wie kann man das sozusagen rüberretten, wenn man stattfinden will. Weil über das Digital-Streaming, über das wir reden, ist ja leichter irgendwie zu machen mit Filmen, die schon eine Auswertung hinter sich haben. Und wenn man es jetzt mit Filmen zu tun hat, die irgendwie fertig geworden sind und irgendwie da jetzt liegen und die Macher und die Produzenten sich überlegen müssen, was mache ich jetzt? Wenn ich warte und hoffe, im nächsten Jahr ist alles wieder normal, dann habe ich aber einen alten Film. Das ist ja relativ brutal. Und wir haben uns da mit vielen Leuten vorher unterhalten und haben dann schon auch, ja wir haben ja dann Hybrid stattgefunden. Also es gab so eine Mini-Kinogeschichte und dann hatten wir irgendwie diese bekloppte Idee, das war theoretisch noch extremer als bei euch, Wohnzimmerpremieren gemacht haben. Und da haben wir so bestimmte Filmmacher gefragt, hast du Lust, deinen Film, der dann meistenteils sogar eine Weltpremiere war, irgendwie zu zeigen. Und wir zeigen den zwar nur digital, aber wir gehen zu irgendeinem Filmfan ins Wohnzimmer. Die bewerben sich und stellen uns da vor den Fernseher, als wenn wir im Staatstheater auf der Bühne stehen und moderieren den Film. Und es war auch ziemlich lustig, wir hatten auch Gäste da, die so mit im Wohnzimmer standen und das gemacht haben. Und dann hatte das sozusagen so seinen PR-Effekt natürlich und hat vielleicht auch die Chance gehabt, nicht nur Leute, die sich dann auf dem Weg nach Oldenburg gemacht haben, zu erreichen, sondern Leute, die sich das von Ferne angucken. Aber, wissen wir ja auch, ist halt was anderes. Und die Leute, die einen Film gemacht haben, die setzen ja sozusagen an so einem Punkt wahnsinnig viele Emotionen irgendwie mit rein. Das ist so ein, ihr Baby kommt zur Welt. Also da will man ja bei sein. Also das ist ja auch das Problem, was viele hatten beim Digitalen irgendwie, äh, das kann ich nicht machen. Also da bin ich ja gar nicht bei. Ich will ja auch Zuschauerreaktionen mitkriegen. Da haben wir auch, wir haben das ja mit Pantaflix gemacht und die haben wir, glaube ich, so an die Kante getrieben, weil ich habe immer gesagt, nee Leute, wir müssen einen Applaus, wir müssen Applaus auch im Online haben. Und nicht nur den eigenen Applaus im Wohnzimmer, sondern wir müssen so eine Applaus-Funktion bauen und du musst sozusagen bei dir sitzen und das Gefühl haben oder daran erinnert werden, dass trotzdem du nicht in einem Raum mit den Leuten sitzt, dass da noch 100 oder 200 Leute woanders diesen Film auch gerade gucken, zur selben Zeit auch. Wir haben das nämlich auch so gemacht mit diesem, nee, du musst pünktlich sein, als wenn du ins Kino gehst, wenn du zu spät kommst, kommst du nicht mehr rein. Und das war natürlich irreswitzig aufwendig, aber ganz lustig. Also du hast dann sozusagen den fünf Applaus-Versionen, die wir aufgenommen haben, eingespielt. Also es gab so müden Applaus und so freundlichen Applaus und dann ganz höflichen und dann Standing Ovations auch irgendwie. Das war schon geil. Und unser Publikumsgewinner, der hat auch tatsächlich so Standing Ovations Applaus gekriegt und das war schon cool. Das hat dann nämlich der Filmemacher, der nicht im Kino stand, mitgekriegt. Der war genauso in diesen Applaus eingebunden, weil wir dann diese Live-Gespräche machen. Also wir haben uns so ganz viel Quatsch ausgedacht, um irgendwie das so herzustellen, dass wir immer dieses eine Statement machen können. Das ist alles Quatsch, weil Kino ist eine Kunstform, die gehört sozusagen in einen Saal, wo man mit mehr Menschen zur selben Zeit dasselbe Erlebnis hat. Und das macht das aus. Und wenn wir da so ein Stück einknicken, dann spielen wir Netflix eben in die Karten. Und das ist eigentlich das Ende der Welt, finde ich. Also das ist sozusagen der Albtraum. Nun muss man natürlich aber sagen, für bestimmte Filme und Filmemacher hat das natürlich einen Wert, wenn man sagt, du, wir können, wir machen online parallel ein Streaming und du kannst irgendwie 20 oder 50 von deinen wichtigsten Journalisten, Einkäufern, Verleihern einladen, diesen Film auch zur Weltpremiere zu gucken, auch wenn die nicht in Oldenburg sind. Das haben auch viele super gefunden und eben gemacht und mitgemacht und auch sozusagen unsere Pressereichweite damit vergrößert. Aber auch die sitzen ja doof zu Hause und das wissen wir auch, bei Festivals ist das schon so. Da ist immer eine andere Atmosphäre. Da wird ein Film bejubelt, weil auch die Filmemacher da sind und die auch noch eine geile Ausstrahlung rüberbringen. Und wenn dann der Verleiher, Caro wird das dann in Zukunft so haben und die denkt so, den müssen wir haben, müssen wir rausbringen und im Kinoalltag ist das dann plötzlich was ganz anderes. Dann ist so dieser Glanz plötzlich wieder weg oder wenn du zu Hause sitzt und das digital guckst, dann kann nicht so ein Funko überspringen. Und das ist ja, diese Kunstform braucht das, dass ein Funko überspringt. Also ich bin da sehr hin- und hergerissen und na klar hat das Vorteile, man kann da so einen Benefit draus ziehen, aber eigentlich ist das alles der falsche Weg letztendlich, weil wir müssen das irgendwie erhalten. Im Theater muss man ja auch sein und kann nicht irgendwie in ein Theater digital sich reinziehen, das ist ja auch Quatsch eigentlich. Also klar muss ein Festival erhalten bleiben. Auch Kinos. Gar keine Frage. Aber auch Kinos. Natürlich. Ja, wer, wenn nicht ich, würde sagen, klar müssen Kinos erhalten bleiben. Aber wie ist das mit der digitalen Form? Erhältst du die? Erhältst du das bei? Ja. Auch wenn alles wieder geht, wenn alles wieder schön ist wie vorher? Also klar, das haben wir, wir haben tatsächlich sogar mal vor der Pandemie da haben wir so vorsichtige Anfänge gemacht. Wir hatten dann mal mit so einem Streaming-Anbieter, das war, da haben wir aber das falsche Pferd gesetzt, wir hätten da wahrscheinlich mit Caro vorher mal reden müssen, haben wir so einen, wir haben mal so versucht, die Filme, die bei uns gelaufen sind, das sind ja auch viele Indie-Filme, die nicht unbedingt bei Netflix, wenn sie da drin stehen, sind sie im Algorithmus irgendwo so weit hinten versteckt, dass die niemals jemand sieht. Das war so eine Art, ein bestimmtes Kino auch online rausbringen können. Und das wollten wir nicht selber machen, weil als Festival finde ich das doof. Da sind wir froh, wenn 50 Leute so einen Film angucken, wer soll dann danach noch aus unserem Umfeld irgendwie das Ganze online sich reinziehen. Dann muss man sich schon irgendwo mit jemandem verbünden, der das ein bisschen breiter aufstellen kann. Da haben wir schon ein bisschen was ausprobiert. Und von daher ist der Gedanke natürlich nicht ganz abwegig, dass man, wir können uns ja auch nicht komplett der Realität irgendwie verstellen, dass man da auch sich darum bemüht, dass eine bestimmte Vielfalt an Kino erhalten bleibt, eben dann auch digital, die es sonst nicht gibt. Denn das ist ja unsere große Gefahr, in die wir uns so reinbewegen, dass so die paar großen Major-Corporations, die dann die Welt beherrschen, sich einen Scheißdreck dafür interessieren, an was wir Minderheit richtig großartig finden, sondern nur was so durchnudelt und niemandem wehtut. Und dann ist so, Kinovielfalt können wir dann uns von verabschieden. Also von daher ist der Gedanke richtig, da irgendwie weiterzumachen. Wir haben auch in diesem Jahr ja nur noch so die Indie-Filme auch online gezeigt und haben eben versucht, das mehr auf ein Brancheninteresse anzulegen, als auf Publikum. Denn das haben wir in dem Jahr davor interessanterweise festgestellt. Egal, und das ist auch bei anderen Festivals so gewesen, das hat mich dann ganz heftig beruhigt, es sind immer noch mehr Leute ins Kino gegangen, als sich irgendwas online anzugucken. Also bei auch einem Festival lebt ja davon, dass man Menschen trifft und dass man sozusagen in eine andere Atmosphäre eintritt. Das hast du halt nicht zu Hause, also wieso sollst du dir dann so einen schrägen kleinen Indie-Streifen angucken, wenn du nicht denkst, oh geil, da treffe ich Leute, das hat eine Aufregung und plötzlich ist der Film auch noch das großartigste, cineastische Erlebnis, was ich hatte. Aber das traut man sich oder muss man nicht zu Hause haben. Kannst du wegseppen und guckst einen doofen Tatort oder sowas. Ich frage jetzt an dieser Stelle noch mal konkret nach. Wie viele Zahlen, also was hattet ihr an Zahlen online, Besucherinnen? In diesem Jahr kann ich das noch nicht mal genau sagen, ehrlich gesagt. Das ist auch gut so, weil das ist verheerend wenig. Im letzten Jahr hatten wir, ich glaube, 2000 bezahlende Kinogänger online und 3000 im realen Leben. Und da passten auch nicht viel mehr in die Kinos rein. Aber es war weniger als in real. und natürlich haben wir da einen riesen Aufwand betrieben und das hat auch hier und da gehäupert. Aber wir haben da auch schon uns, wie Johannes das eben gesagt hat, uns vorgenommen, wenn wir das machen, dann dürfen wir auf gar keinen Fall irgendwie nur um die Zahlen in die Höhe zu schieben, so diese Bequemlichkeit, die man eben die Menschheit überrollt, was Netflix macht, dass du dir das angucken kannst, wann du Bock hast. Sondern wir haben auch gesagt, es hat einen Anfangspunkt und einen Endpunkt und nur dann kannst du auch live irgendwie ein Q&A da hinterher klicken und ob die Gäste bei uns waren und dann im Kino das Q&A gemacht haben, haben wir das dann eben auch gestreamt oder eben die waren nicht da und wir haben es gestreamt und ins Kino auch dann übertragen. Also das hat natürlich dafür gesorgt, dass wir nicht besonders große Zahlen irgendwie erreichen konnten. Das fand ich aber auch in Ordnung. In diesem Jahr war es umso schöner, dass die Kinos bei uns wieder wirklich ziemlich gut besucht waren. Du hast eben gerade schon so ein Stichwort auch genannt, irgendwie wahnsinnig viel Arbeit. Also das heißt irgendwie, man steckt da ja auch eine ganze Menge Arbeit rein. Ich weiß, dass irgendwie alles Kino auch sehr viel Arbeit reingesteckt hat in die reine Video-on-Demand-Plattform. Also das heißt irgendwie, alles Kino macht ja in erster Linie irgendwie dann deutsche Filme. Also das heißt, hier haben wir mal eine Plattform und ich fände jetzt sozusagen an dem Punkt mal ganz interessant, wie ist denn das aus Plattform-Sicht? Was wird da auch abgerufen? Alles Kino hat sich ja auch auf Segel geschrieben, Kino zu fördern, Film zu fördern. Also das heißt irgendwie, es versteht sich als Plattform nicht irgendwie eben wie Netflix als jetzt die Streaming-Plattform, sondern haben ja eine etwas andere Intention, eben auch Kino zu unterstützen. Genau, also eigentlich vor eineinhalb Jahren oder nee, jetzt schon zwei, haben wir das übernommen mit Lighthouse, alles Kino und weiter ausgebaut. Wir haben durchaus ja auch eine Festival oder zwei Festival-Erfahrungen gemacht. Einmal das Filmsfestival in Mainz. Das war ja auch kurz vorher, also da war immer noch die Frage, können wir jetzt eigentlich im Kino komplett stattfinden oder nicht? Ich glaube, drei Monate vor Start sind sie dann auf uns zugekommen. Ich bin dann vor allem nicht explodiert und dachte so, oh mein Gott, ja, dann lass uns jetzt irgendwie auch was gestalten, wie zum Beispiel auch, schön wäre es eben, genau dieses Gefühl zu adaptieren, irgendwie, dass man sich begegnet, dass man zusammen einen Film erleben kann. Und deswegen wusste ich eben auch so Schmutz mit dem Applaus, weil genau dieses Gefühl wollte ich den halt auch geben. Und dachte erst, vielleicht können wir ja gemeinsam streamen, also wirklich wie so diese Watch-Partys, da sitzen einen Kinoraum haben und dann hört man aber auch Popcorn oder dann bellt der Hund und so oder sowas. Das wäre dann neu, weil es so zu Hause ist. Das wäre schön, bis die Programmierer mich dann irgendwann auch gebremst haben. und wir haben es dann, weil es dann natürlich, dann kann man auf andere Hinweise, man müsste diese Abspielbeschränkung haben, auch auf Anzahl oder diese Bewertung, die man vorher in der Art so auf der Plattform nicht hatte, also Sterne danach vergeben nochmal, ohne dass wir sowas zeigen, wir auf alles Kino ja nicht und Kommentare einsenden und dann aber, was uns ganz wichtig war, so ein Gespräch danach auch und das war aber auf der anderen Seite irgendwie auch eine nette Erfahrung, weil alle so ein bisschen so vom Bildschirm saßen und ja, hallo und sich dann mit den Filmschaffenden auch unterhalten haben. Das war sehr schön und mal auch eine Bewegung da drin in dem Ganzen. Und sonst ist es ja wirklich so, dass eben Film auch im Kino stattfindet, das ist absolut wichtig und wirklich und danach kommt ja auch nochmal eine weitere Form, wie, was passiert danach mit dem Film und wie wir wissen, wie du auch eben schon sagst, mit dem Independent Film, dass manche dann halt auch in der Versenkung verschwinden und wir uns halt mit alles Kino so ein bisschen auf die Fahne geschrieben haben, auch, dass wir dieses, einfach das Kulturgut, was da Films weiter bewahren wollen, weil unsere ersten Filme sind von 1920 zum Beispiel, die da stattfinden und wir auch dafür eine Plattform schaffen wollen, dass man diese Filme da finden kann und eben eigentlich nicht im großen Wust ist, sondern man kann erstmal raufgehen und sich dort in dieser Nische umschauen und sich dann auch ausprobieren einfach und man findet halt auch Filme, die sonst in der Schublade gelegen hätten und auch wirklich keine Chance gehabt hätten, auf andere Plattformen zu kommen und ich finde, das ist halt auch etwas, was man hochhalten soll nach diesem wunderbaren Erlebnis, Kino oder Festival, dass es da etwas gibt, eine Plattform gibt oder einen Bereich gibt, den man ansteuern kann und diesen Film noch zu sehen. Eigentlich wünsche ich mir da auch, dass das auch weiter noch hochgalt und dass man eigentlich sogar vielleicht die Möglichkeit hat, große machen, können es jetzt auch schon machen oder bieten es teilweise an, aber vielmehr auch wirklich zu sagen, ja komm, lass uns den doch zusammen sehen, einen Film auch und dann können wir uns aber auch untereinander damit unterhalten und über diesen Film sprechen, zusammen lachen. Es wäre eine neue Form, die man mit integrieren kann und die eigentlich auch bestimmt wertvoll wäre, also die das so ein bisschen adaptiert, dabei heißt das nicht, dass dann natürlich das Festival an sich aussterben, sondern das Kino um Gottes Willen, also das ist eher die Geburt und dann wächst das Kind heran und was kann man dem dann halt noch weiter bieten oder das Erhalten auch. so, das war so ein bisschen der Anspruch, den wir daran auch haben, hatten. Das, was ihr noch ausbauen möchtet in Zukunft. Ja, ja, also ich finde das egal, wo jetzt, jetzt wechsle ich ja nun quasi gerade und gebe das Kind weiter, aber es ist auch etwas, finde ich, was auch weiter ausgebaut werden kann und sollte, denn genau das, dass man den Film an sich noch weiter zeigt oder halt auch, dass der, wenn er vielleicht nicht in dieser Verwertung Kino so einen Platz bekommt, den er halt aber gerade braucht, wie du ja auch eben sagtest, dass viele Produzenten da stehen und manchmal dann halt es jetzt auch gerade eine Flut gibt von Filmen, die zurückgehalten wurden oder die halt es nicht schaffen, ihren Film so auszubuchen oder Plätze zu bekommen im Kino, den sie brauchen, dann wäre es doch schade, wenn die auf der Strecke bleiben, sondern dass man vielleicht auch liebevoll das ganze Szenario öffnet, weil wir alle den Film fördern wollen und weil da auch Existenzen hinterstecken, die weitere Projekte haben und Projekte im Kopf haben müssen und das Ganze trotzdem ja auch irgendwie funktionieren soll. Und warum nicht auch einfach mal daran denken, dann zum Beispiel zu sagen, okay, er findet digital statt, aber wir holen das Ganze dann auch wieder ins Analoge, nur weil es für den Moment einfach irgendwie vielleicht auch stimmig ist und man arbeitet zusammen, indem man sagt, hey, du bekommst Gutscheine in die eine oder in die andere Richtung. Du hast ihn online gesehen, aber du bekommst natürlich das Eintrittsticket dann für das Kino, wenn es da stattfindet. Oder umgekehrt, zeig dein Kinoticket, wie schön und wenn du dann nochmal Lust hast, den nochmal mit deinen Freunden zusammen zu gucken, weil er dir so gut gefallen hat, bitte, dann habt ihr hier sogar noch irgendwie die Möglichkeit, den etwas günstiger zu kaufen. Also es sind einfach Zukunftsgedanken, die ja eigentlich nur das fördern und unterstützen sollen, das, was wir alle lieben, also den Film. Und die Zeit geht sowieso weiter und alle bringen sie irgendwie neue Möglichkeiten und Technologien mit. Und es wäre, glaube ich, schade, wenn gerade eben halt immer nur die Großen das eine oder andere umsetzen und auch gerade der Independent-Film sich da hakelt und immer den Gedanken von Kannibalismus hat, sondern dass man das gemeinschaftlich irgendwie fördert, weil es da halt auch ambitionierte Menschen gibt, die nur aus der digitalen Ecke kommen. Ich gehe da dann gleich mal direkt zu Holger Tepe, weil im Prinzip irgendwie das, was du da beschrieben hast, ist ja sowas wie ein digitaler Kinosaal. Das City 46 hat im Prinzip auch einen digitalen Kinosaal, das irgendwie über die Cine-Lovers, also heißt einfach, da werden auch Filme so ein bisschen aus der Versenkung geholt, Filme, die sonst vielleicht im Kino nicht unbedingt den Platz haben oder nicht in der Form hätten. Also jetzt nicht ausschließlich, das will ich damit nicht sagen, aber wie sind denn deine Erfahrungen damit? Also auch, weil du gerade sagtest, irgendwie ja, es kommt immer was Neues und man muss auch irgendwie da mitgehen. Oder siehst du das genauso? Ich hole mal ein bisschen weiter aus, um zu sagen, wie wir eigentlich zum Digi 46, zu unserem virtuellen Kinosaal gekommen sind. Also das erste Mal bin ich, glaube ich, fast vor einem Jahr, das war im Dezember auf dem Bundeskongress der kommunalen Kinos auf die Plattform Cinema Lovers aufmerksam geworden. Wir haben das dann erstmal weiter verfolgt. Das kann eine interessante Sache sein, das Kino zu stützen, beziehungsweise es kann eigentlich auch eine wertvolle Sache sein, während der Kino-Schließung mit einem Filmprogramm weiter präsent zu sein. Wir hatten zu der Zeit schon wöchentlich, also das Kommunalkino musste wir auch niemanden entlasten, das heißt, wir hatten auch einen ganz guten Personalstock, mit dem wir auch weiterarbeiten konnten. Also wir haben während der Schließung, glaube ich, genauso viel gearbeitet wie sonst auch, mit Ausnahme vielleicht der Kassen- und Vorführkräfte. Und wir hatten da schon ein wöchentliches Mailing, wo wir ein Filmprogramm, das waren meistens zwei oder drei Filme, Spiel, Doc und Kinder- und Jugendfilm, wo wir Filme von digitalen Plattformen, von kostenlosen Plattformen ausgesucht haben und haben ja sozusagen unserem Publikum dann auch empfohlen zu schauen. Also dass wir auf jeden Fall weiter Filme sehen konnten, die wir interessant fanden. Wir haben zu dem Zeitpunkt auch schon festgestellt, dass es einige Verleihe gab, die dann ein sehr solidarisches System gemacht hatten, die dann gesagt haben, gut, der Verleihe stellt den Film online gegen Bezahlung, aber die Kinos, die da mitmachen, partizipieren davon. Das war für uns das erste Mal, wo wir gesagt haben, gut, da können wir sozusagen auch noch Einnahmen generieren mit den Sachen, die auf unserer Webseite oder die wir promoten. Und im Kopf war, glaube ich, immerhin weiterhin bei mir zu gucken, so vielleicht können wir doch noch zu diesem digitalen Saal überwechseln. Und letztendlich gab den Ausschlag, dass wir im Mai das internationale Filmsymposium hatten. Das war 2020 ausgefallen. Und die Planungen waren dann so, wir wussten nicht, ob es 2021 stattfinden kann, ob es in Persona stattfinden könnte, ob es hybrid stattfinden kann oder wieder nur virtuell. Und das war für uns eigentlich der Startschluss dann zu sagen, gut, dann wird das Kino jetzt auch eine digitale Plattform erstellen und nutzen. Allerdings erst mal nicht für den Kinobetrieb, sondern für das Symposium. Das hat sehr gut funktioniert. Und wir haben damals auch überlegt, gehen wir zu Pantaflix, da waren wir im Gespräch. Das hätten wir vielleicht gemacht, wenn wir das nur für das Symposium gemacht hätten. Dann haben wir aber auch gesagt, das ist so viel Aufwand, das alles zu stellen. Dann lass uns doch lieber irgendwie ein Format finden, was wir auch dann nach dem Symposium einfach für das Kino mal als Experimentierfeld sehen oder finden. Und das finde ich, für mich ist das auch immer noch ein Experimentierfeld, was wir da nutzen. Und dann haben wir halt irgendwie zum Juni angefangen, dann auch Content auf die G46 einzustellen. Was es für uns interessant macht, ist, dass es eben nicht nur Filme da gibt. Also das ist auch wie früher bei der Digitalisierung, also Umstellung von 35 auf digital, dass wir auch alternativen Content einstellen können. Das heißt, wir können auch selber Dinge dort einstellen. Und Cinema Lovers ist im Moment, es sind glaube ich 31 Kinos mit 20 Plattformen, dass wir auch untereinander Dinge austauschen können. Also mit dem, was wir gemacht haben, was allerdings auch sehr viel Aufwand ist, dann die Regisseurgespräche, Regisseurin-Gespräche, die bei uns im Kino zu Gast waren, aufzuzeichnen, einzustellen. Und das konnte das Publikum dann umsonst anschauen. Also das ist ein Content, der bei uns kostenlos ist. Und da war so ein bisschen im Hinterkopf, sicherlich, wenn wir eine Premiere eines Films haben oder wir haben einen Gast bei uns, an dem einen Termin ist die Regisseurin da, bei den anderen 14 Terminen, die da filmen, ist niemand mehr da. Aber dann kann das Publikum halt sagen, gut, das Gespräch kann ich mir jetzt auch noch auf Digi46 angucken. Das war sozusagen ein Gedanke, wo wir aber auch festgestellt haben, das macht sehr viel Arbeit, das können wir auch nicht in dem Maße mit der Taktzahl fortführen, wie wir uns das vielleicht mal überlegt haben. Und wir haben als Kino, das haben wir jetzt bei Festivals, wir haben auch Festivals bei uns im Haus gesehen, dass wir das anderen anbieten können. Also wir hatten jetzt irgendwie das Queerfilmfestival gerade im letzten Monat und da war es halt auch, dass viele Filme nur einmal laufen konnten, aus Termingründen. Und wo dann die Frage war, kann der Film nicht noch länger dann irgendwie zumindest im Digi46 im Nachgang zu sehen sein? Also das ist für mich jetzt, glaube ich, erst mal viel wichtiger, als da, ich sage mal, ein kuratiertes Filmprogramm zu machen, weil das mache ich ja schon im Kino und das ist eigentlich fast, ich meine, das ist der gleiche Aufwand nochmal, wenn man das auf der Plattform macht. Digi46 beziehungsweise Cinema Lovers, ich will es noch mal kurz etwas differenzieren, bietet eigentlich zwei Modelle an. Cinema Lovers war ursprünglich so gedacht, dass es im Verbund sozusagen kuratierte oder ausgesuchte Filmprogramme gibt, die die Kinos einfach übernehmen können. Das heißt, als Mitglied bei Cinema Lovers können wir jeden Monat fünf Filme kriegen, die aber nicht von uns ausgesucht werden. Das fand ich wenig interessant, das haben wir am Anfang auch nicht gemacht. Also das heißt, wir haben wirklich dann alle Filme, die ich sonst wie ich für das Kino disponiere, habe ich sie dann halt bei Verleihen disponiert für Digi46. Das hat sehr viel Überzeugungsarbeit manchmal bedarf, viel Erklärung. Manche haben gesagt, das machen wir grundsätzlich nicht. Andere haben gesagt, gut, da sind wir ganz offen. Also das war so von bis. Wir haben dann aber auch festgestellt, oder ich habe dann auch festgestellt, das ist dann so, als wenn ich noch einen dritten Saal extra bespiele. Das heißt, wir haben dann irgendwann überlegt, wenn wir gucken, was sind die Kosten, was ist der Aufwand, haben uns dann aber auch entschieden, jetzt von dem Cinema Lovers Programm auch zu profitieren. Das heißt, wir haben jetzt sozusagen so ein Mischprogramm. Für uns war allerdings ganz klar, anders als die meisten Cinema Lovers Kinos, dass wir TVOD machen wollen, also den Einzelverkauf. Ich wollte Cinema Lovers oder Digi46 jetzt nicht als eine Plattform haben, wo man Mitglied werden muss oder wo man sich jahresweise verpflichten muss, sondern wir haben gesagt, ich will das eigentlich so haben, wie bei uns im Kino auch. Da kann ich mir einen einzelnen Film angucken, ohne eine Jahreskarte fürs Kino kaufen zu müssen oder eine Monatskarte. Das hat natürlich auch dazu geführt, dass es, das war eben schon mal angesprochen, dass es kostenmäßig natürlich schwierig ist. Also wir haben zum Teil Filme, die sind grottenschlecht. Also der Film ist nicht grottenschlecht, aber die Abprüfe sind grottenschlecht. Also das muss man natürlich erst mal überlegen. Aber ich habe gesagt, das ist für uns auch ein Experiment und ich habe für uns auch in meinem Kopf, schlimmsten Fall stellen wir das irgendwann wieder ab, wenn wir merken, dass es sich nicht trägt. Aber im Moment, probieren wir halt vieles aus, das läuft ziemlich gut, aber es macht auch viel Arbeit. Das wäre vielleicht so der Schnelldurchlauf. Achso, vielleicht noch mal ganz kurz, wie jetzt eigentlich unser echtes Kinoprogramm im Kino mit Digi46 verbunden ist. Das wäre blöd, wenn es jetzt überhaupt nichts miteinander zu tun hätte. Was wir schon machen ist, dass sich Filme stützen. Also dass wir jetzt einen aktuellen Film einer Regisseurin, eines Regisseurs bei uns im Kino haben, dass wir sagen, vielleicht den letzten Film oder den vorletzten Film von ihr oder von ihm zeigen wir auf Digi46. Also sowas geht dann eigentlich ganz gut zusammen. Also wir hatten letztes Mal, als von Radio Jude Lucy Porn, nee, Bad Sex oder Lucy Porn rausgekommen ist. Ich bringe die Tile immer durch den Andor. Weil der Film davor war ja, mir ist es egal, ob wir als Barbaren in die Geschichte eingehen. Das heißt, der lief auch vor Jahren bei uns im Kino. Und dann haben wir gesagt, gut, dann gibt es den nochmal auf Digi46 zum Vorweggucken. Also dass es sozusagen schon einen Mehrwert gibt. Aber für uns oder für mich ist Digi46 jetzt nicht die Alternative zum Kino gehen. Also Kino ist Kino und das andere ist sozusagen, kann es supporten oder kann sozusagen einen Mehrwert bringen. Also so sehe ich das für unser Kino auch. Ja, finde ich ja einen ganz wichtigen Satz. Also dass man sagt, irgendwie dieses Digitale hat einen Mehrwert, ist sozusagen ein Begleitprogramm, unterstützt das, supportet das Ganze. Also indem es nochmal darauf hinweist oder ergänzt. Könnt ihr euch denn im Lodderbust sowas auch vorstellen? Wir sind gerade im Begriff unser komplettes Kino vollständig zu ändern. Also wir haben die Pandemie, uns hat das alles so ein bisschen genervt. Also wir sind genau wie ihr auch totale Kinomacher und wir sind Kinoliebhaber und wir lieben diesen schwarzen Saal. Also das ist einfach etwas, was das hat uns so gefehlt, dass wir gesagt haben, wir müssen auch viel extremer werden. Also das hat uns noch nicht gereicht. Wir haben schon ein ziemlich progressives Programm gemacht. Wir haben dann mal so am Dienstagabend haben wir irgendwie japanische Slasher aus den 70ern gezeigt oder so und die waren immer ausverkauft. Also das ist tatsächlich, hat das auch super funktioniert, aber wir haben dann gedacht, jetzt irgendwie ist das noch nicht so, das was wir haben wollen und deshalb werden wir ab Januar ein reines Kurz- und Mittellangfilmkino. Ja. Was heißt das? Wir spielen nur noch kurz Filmrollen, also wir gestalten Filmabende, das ist wirklich, das ist entkuratiertes Kino sozusagen. Wir suchen, wir veranstalten ein monatliches Festival. Jeden Monat gibt es ein Festival, ein Kurzfilm- und Mittellangfilmfestival. Die Leute können einreichen, wir haben auch jetzt schon 1400 Einreichungen für Januar gekriegt oder für Februar gekriegt und suchen dann also aus diesen Filmen irgendwie 60, 70 Filme raus, die wir monatlich spielen, stellen die zu Kurzfilmrollen zusammen und man kann dann, und wir verraten wahrscheinlich nicht, was wir zeigen, sondern sagen nur, ihr müsst euch als Publikum, ihr müsst endlich mal wieder einfach sagen, ich gehe heute Abend ins Kino und vertraut uns Kinomachern einfach mal. Er sagt, legt das mal in unsere Hände, was da passiert und versucht nicht irgendwie so, ja, wir gehen heute Abend in den neuen Bond gucken. Die Erwartungshaltung ist klar, jeder weiß, Daniel Craig spielt mit, jeder kennt den Kram, jeder kennt die Motive, die Leitmotive in der Musik. Ja, okay. Das kann man machen, das ist sicher super unterhaltsam, aber unser Begriff von Kino ist ein bisschen anderer. Wir wollen kuratiertes Kino und in dem Sinne, dass wir verantwortlich sind. Wir sind als Kinomacher dafür verantwortlich, dass die Leute einen geilen Abend haben und nicht irgendeine riesen Produktionsfirma in Hollywood. Und deshalb haben wir gesagt, Kurzfilme kommen viel zu kurz im Kino, also die Art und Weise, wie die behandelt werden, also gerade mittellange Filme sind ja eigentlich schon totgeboten. Mittellange ist doch ein Betrug, ist doch ein Mogelding. Das sind doch Fernsehfilme, Leute. Mittellange Filme gibt es doch nicht. Doch, klar. Natürlich. Was ist denn zwischen 40 und 60 Minuten? Das ist kein Kurzfilm mehr. Das ist das Ein-Stunden-Programm-Fenster im Fernsehen mit einer Werbung drin. Da gibt es aber sehr... Da würde ich jetzt gerne mit euch drüber reden. Da glaube ich überhaupt nicht dran. Das ist, glaube ich, so in die Welt gesetzt von irgendwelchen Fernsehredakteuren, dass das irgendwie ein Format ist, was man feiern muss. Fakt ist, dass das ein Format ist, das einfach tot ist. Also, wenn überhaupt nur auf Festivals läuft und dann gar nicht mehr. Und da gibt es sehr, sehr starke Filme und wir haben überlegt, das einfach mal alles auf den Kopf zu stellen. Warum zeigen wir nicht Kurzfilme und solche, also Filme, sagen wir mal, wir nennen das unter 60-Minuten-Kino. Das sind halt Filme, die immer nur bis zu einer Stunde dauern und wir machen dann drei Langfilm-Abende, explizite in der Woche. Das sind dann halt wirklich handselektierte Langfilme. Also dann über 60 Minuten. Müssen Sie reden. Also dann doch noch 60 plus sozusagen. Aber wir haben also... Darf ich nur mal kurz... Aber das macht ihr dann rein analog, nichts digital, nichts gestreamt, kein zusätzlicher Content, irgendwie blankes Kino, ganz roh. Das ist tatsächlich der totale Gegenentwurf zu allem, was wir jetzt hier vorher in der Pandemie gemacht haben und auch der völlige Gegenentwurf zu dem, was jetzt eigentlich im Kino eventuell notwendig wäre. Aber wir haben einfach keinen Bock mehr. Also wir haben einfach tatsächlich keine Lust mehr, uns diesen Marktgesetzen zu unterwerfen, haben keine Lust mehr, bei Verleihern zu Kreuze zu kriechen und zu sagen, oh bitte, bitte, bitte. Dann gibt es große Kinobetreiber, ich sage jetzt nicht wer, aber es gibt große Kinobetreiber, die dann sagen, ja wenn die den Film spielen, spiele ich nie wieder was von euch. Dann sind wir raus. Also wir haben schon Terminbestätigungen für Filme gekriegt, die waren im Druckprogramm drin, wir haben uns tierisch gefreut, dass wir die spielen konnten und dann haben die uns zwei Tage vorher angerufen, die waren, ja ihr müsst den rausnehmen, das andere Kino will den spielen, ihr seid raus. Kein Ersatz, gar nichts, wir haben da gestanden, wussten überhaupt nicht, was wir machen sollten, haben die Leute abends irgendwie so, ja wir spielen dann jetzt, ach scheiß drauf, jetzt spielen wir einfach irgendeinen Peter-Jackson-Splatter. Auch wenn der nicht gezeigt werden darf, ist verboten, haben wir einfach gemacht, um den Leuten irgendwas zu bieten. Aber das war, also das macht einfach nicht so richtig viel Spaß. Also gerade für ein kleines Kino ist es wirklich ziemlich horrorös, diese Branche. Und wir haben gedacht, es wäre vielleicht mal an der Zeit, irgendwas komplett anderes zu machen und mal so richtig sich aus allem rauszuziehen und zu sagen, wir machen den Kurzfilm, wir sind die Adresse, wir haben mit den Filmhochschulen gesprochen, die sind total Feuer und Flamme, die haben gleich gesagt, das ist eine supergeile Sache, auch als Ausprobierplattform für Filmemacherinnen und Filmemacher, die gerade anfangen, Studentenprojekte, da haben die mal eine Möglichkeit, ihre Kurzfilme an Publikum zu testen. Wo geht das sonst? Auf Festivals natürlich, aber sonst eben einfach nicht im Kino. Und wenn man das in so einem regulären Programm macht, finde ich, kann das ein richtiger Zugewinn werden. Natürlich haben wir auch Angst, also kann auch völlig nach hinten losgehen, keine Sau kommt und wir machen dicht nach drei Monaten. Glaube ich aber nicht. Verkauft ihr wieder Grünkohl oder Popcorn auch fast. Ja, genau. Weil, das muss man ja auch sagen, also ihr habt auch in der Zeit, also ihr macht jetzt gerade eigentlich erst wieder auf. Obwohl, so ein Kino seit Juli wieder möglich wäre, in einer Form, ist es trotzdem so irgendwie, dass ihr sagt, irgendwie geht nicht oder ging nicht und ihr macht es jetzt erst. Also man sieht da ja auch bei diesen, das Thema ist heute Streaming, aber was einfach auch bedeutet, auch bei diesen Online-Sachen und bei Kino, es geht immer auch um Wirtschaftlichkeit. Also du hast es vorhin auch schon kurz erwähnt, ihr hattet 60.000, was mich immer noch irgendwie völlig plättet, eben tatsächlich Besucherinnen irgendwie oder Zuschauerinnen oder wie auch immer bei euren Online-Sachen, die ihr da gemacht habt, die ja auch schon irgendwie teilweise sehr frech waren und irgendwie innovativ. Ich denke mal, den Stempel kann man euch definitiv geben, dass ihr euch immer wieder neu erfindet. aber habt damit irgendwie nichts verdient. Also null, sondern drauf gezahlt. Das ist dumm, ja. Naja, nicht nur dumm, es ist vor allen Dingen auch total schade, also so irgendwie, dass eben tatsächlich auch so ein Erfolg, den ihr da habt, sich auch nicht in wahrer Münze irgendwie um, also für euch eine Wirtschaftlichkeit, sodass ihr dann eben tatsächlich irgendwann Grünkohl verkauft habt. ist ja glaube ich aber auch für alle anderen ein Thema. Also das heißt irgendwie für alle, die auch Kino machen, normal Kino machen, aber eben auch überlegen, irgendwie bringen wir das noch weiter, haben wir einen Mehrwert, haben wir einen Content dazu, haben wir Filmgespräche hier, was können wir mehr bieten, ist es ja immer auch eine Sache irgendwie der Wirtschaftlichkeit. Also ihr arbeitet mit Pantaflix, ist eine Plattform, Bezahlplattform, kostet Geld. Muss man erstmal haben. Also ihr hättet das nicht, also das darüber anzubieten. Genau. Am Anfang gemacht habt, war das super cool. Ich habe ja Shivers mir angeguckt, als ihr den gemacht habt und das war doch geil. Das war doch geil. Ich finde ja, ich finde auch die Ideen, also was Holger gerade erzählt hat oder Thorsten auch, diese Ideen überhaupt, das Kino so zu öffnen, weil das sind ja schon auch gefährliche Moves, die man da macht. Das darf man nicht verkennen. Also ich meine, ihr habt euch, findest du nicht? Gefährlich finde ich das jetzt nicht. Ich meine, es sind kostenintensive Moves, das sicherlich. Gefährlich finde ich schon auch. Das können wir als Kommunalkino, als kommunales Kino sicherlich noch einfacher wegstecken, als wenn ich jetzt ein gewerbliches Kino führen würde. Dann würde ich auch sagen, das mache ich nicht. Dann würde ich gleich eine Plattform aufmachen, dann würde ich kein Kino mehr machen. Aber das ist bei uns jetzt, wir haben einfach die Möglichkeiten und deswegen gesagt, ich sehe es als Experimentierfeld. Aber ich kann dir zum Beispiel sagen, auf der Kurzfilm- und mittellanger Filmzusammenstellung, die wir mal gemacht haben, da hatten wir die meisten Zuschauer. Also es ist auch irgendwie spannend und mutig, auf jeden Fall. Und das gehört es glaube ich auch, dass man mal so einen Schritt macht. Also wir kämpfen ja auch, ich möchte auch keine Namen nennen, aber mit großen deutschen Inhalten, wenn man erst mal sagt, ach, ich mache eine Plattform für den deutschen Film, da geht es ja um das kleine süße Häschen, das keine Ohren hat zum Beispiel. Das muss dann doch auf jeden Fall drauf sein. Aber das sind auch, da kämpft man dann auch mit Vorstellungen, um die erstmal überhaupt auf so eine Plattform zu bekommen. Man sagt, ja, dann muss man da halt Abstand von nehmen. Und dann konzentriert man sich halt auf andere Filme, die einem halt auch am Herzen liegen und die halt aber auch ihr Publikum finden und ihre Liebhaber und eine Art Nische bedienen. Und dafür steht man dann halt. Und ich merke aber auch, dass man vordringen kann, dann auch wiederum in andere Bereiche, wo man eben mit offenen Armen empfangen wird und sagt, ja, genau, das ist auch schön zu sehen, dass es da genau etwas gibt, wo ich weiß, was ich bekomme. Und deswegen folge ich dem auch und mache da dann halt auch mit und kann es dann vielleicht sogar auch noch anpassen an meine Lebensvorstände. Gerade wenn man dann zum Beispiel, sagen wir mal als ganz plakatives Beispiel, frisch gewordene Eltern, die gerade mal nicht ins Kino gehen können und das aber tierisch vermissen und dann irgendwie gut finden, dass man da auch nochmal so ein Programm finden kann. Naja, also eigentlich Schritte gehen. Ja, vielleicht nochmal bei uns. Ich sehe es auch, als Kommunalkino haben wir relativ viele Kooperationen mit Institutionen, Initiativen in der Stadt und da haben wir halt einfach Möglichkeiten, auch unseren Kooperationspartnerinnen was anzubieten. Also wir hatten vor einigen Monaten, gab es halt in der Weserburg, das ist eine Ausstellungshalle, gab es eine Ausstellung von Luca Vitone, das waren Objekte. Der Mann hat einen Film gemacht, Romanistan, und dann haben wir gesagt, gut, wir zeigen den Film bei uns im Kino einmal auch, als Luca in Bremen war. Und dann haben wir überlegt, naja, die Ausstellung ist ja noch länger, den Film kann ich jetzt aber nicht mehr jeden Tag irgendwo im Kino zeigen, also den Platz habe ich einfach nicht. Und der ist dann nach der Aufführung bei uns im Kino ist halt auf die Plattform gewandert. Und dann war es halt für die Leute möglich, die jetzt in der Ausstellung waren, sagen, ach, den Film von dem würde ich mich auch gerne noch angucken. Dann gab es den halt bei uns auf Digi 46. Und das sind dann Dinge, wo ich sage, das macht dann auch Sinn. Und dann bin ich froh, dass ich so eine Plattform in der Hinterhand habe. Aber mehr ist es, oder das ist es dann eben auch. Darf ich eine Frage zum Publikum stellen? Ja, ganz klar. Wir haben jetzt ja im Wesentlichen über aktuelles Kino gesprochen. Wurde mal gesagt, dass dann begleiten, ein älterer Film vom Registrier gespielt wird oder so. Wie sieht das denn aus? Also ich bin aufgewachsen noch in einer Kinokultur, wo wirklich Kinos, und nicht nur kommunale Kinos, sondern auch Programmkinos, Retrospektiven spielten. Welche Rolle spielt das denn? Also das Kino, sage ich mal, das Kino vor 1990. Welche Rolle spielt das bei den vier Anbietern? Bei uns eine riesige. Das ist, also Retrospektiven immer, also das hat zumindest, ich kann jetzt nur noch für die Vergangenheit reden, aber das war immer wichtig. Und ich finde auch, Holger hat es eben auch schon gesagt, wenn ein aktueller Film läuft, ist es immer ein Mehrwert, vielleicht ein Double Feature zu spielen mit dem Vorgängerfilm. Wir haben das, wir haben das ganz oft gemacht. Also wir haben zu den, haben den Jarmusch-Film, den letzten aktuellen Jarmusch-Film, haben wir flankiert mit einer ganzen Jarmusch-Retrospektive, haben eine Nachtwanderung gemacht in ein anderes Kino, war auch total bescheuert, haben dem Umsätze, aber egal. Also, aber das war einfach notwendig, wir konnten die Premiere nicht zeigen, haben gesagt, wir wandern mit den Leuten dahin, bei uns gibt es Alkohol und Würstchen und dann gehen wir in sein Kino, wir haben sein Kino komplett voll gemacht, also der hat wirklich einen ganzen Saal nur mit unseren, mit den Leuten, die über unsere Webseite kamen, voll gehabt und dann haben wir die hinterher wieder mitgenommen und haben dann um zwölf nachts Pulp Fiction bei uns angemacht. Also das ist, ich finde das total wichtig, weil das einfach auch ein, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber das ist einfach so was, für uns Kinoleute ist das einfach auch so ein Ding. Das sind ja, also zum Beispiel Pulp Fiction oder Reservoir Dogs waren die richtig großen Filme von Tarantino. Ach, Tarantino war das. Ich habe Jarmusch erzählt, wir haben beides gemacht. Ja, ja, genau. Once upon a time in Hollywood und dann halt hinterher den Pulp Fiction gespielt. Und das sind so, also ich finde das einfach total schön, weil man damit auch jüngeren Leuten, die die Filme vorher nicht gesehen haben, die jetzt vielleicht sehen, oh, einen Zombie-Film, ist ja mal ganz spannend, gehen wir mal hin, aber dann haben die die Möglichkeit, hinterher eben nochmal so einen Kult-Film zu gucken. Egal. Ist doch egal. Ist doch scheißegal. Da ist doch jeder was. Also vielleicht, wenn ich antworten kann, also ich würde jetzt keine Retrospektive ins Digi 46 packen, also entweder gehört die in unser Kino, dann gibt es das auf der Leinwand. Ich würde mal sagen, jetzt, wir wollen, was weiß ich, eine Antonioni-Retro machen, die Filme gibt es alle irgendwo im Netz, die muss ich nicht ins Digi 46 packen. Also dann muss ich einfach sagen, ich habe sie bei uns im Kinosaal, was weiß ich, wir hatten jetzt vorgestern noch Zeit, ich bin ein Elefant-Madam als 35er, ich hatte Adolf Winkelmann mit jede Menge Kohle bei uns zu Gast, das machen wir dann aber im Kino, das mache ich dann nicht im Digi 46. Also ich muss allerdings sagen, ich finde die Frage ziemlich gut und berechtigt, weil das ist auch so etwas, was in Gefahr gerät, dass wir sozusagen unsere Filmgeschichte so komplett irgendwann abkappen und ich stelle auch fest, dass immer weniger Filmfestivals so etwas machen, das ist Aufwand und mühsam und ich finde, genauso wie gedruckte Kataloge, also bei allem Respekt für die Schonung der Umwelt, ich finde, wenn Filmfestivals keine Kataloge mehr machen, dann ist das so ein mangelnder Respekt an der Filmkunst, finde ich ehrlich gesagt und eine Retrospektive ist unheimlich wichtig, dass man das irgendwie aufrechterhält, dass man sozusagen auch mal zurückguckt und nicht nur irgendwie, keine Ahnung, die letzten drei Jahre so als Referenz hat oder sowas. Also das, ich könnte mir das auch vorstellen, dass man, dass das digitale Format dazu wahrscheinlich sogar noch besser taugen würde, denn klar finde ich, die Antonioni-Filme kann ich mir irgendwo zusammen sammeln, aber wenn jemand sagt, hier ist eine komplette Retro, da klick dich mal durch, das wäre doch geil eigentlich. Ja, aber dann brauche ich doch nur die Links veröffentlichen. Dann schreibe ich hier, würde ich einfach nur die Links veröffentlichen, das würde doch dann reichen. Wie du das machst, aber der Gedanke, das sozusagen aufrechtzuerhalten, die Idee, dass es sozusagen eine Filmkunst gibt und dass es Filmemacher gibt, die irgendwie mehr machen, als nur irgendwie Leute abzufilmen und das war es oder sowas, sondern die was zu sagen haben und wo ich als Zuschauer auch vielleicht noch was rausgewinne, wenn ich mir ein Bild da komplett machen kann. Bei uns mit den Retros ist das schon immer ein ziemlich guter Effekt, dass Leute so, wir versuchen dann auch Leute einzuladen, die man nicht so leicht auf der Liste hat und dass dann unheimlich viele dann sagen, ah, verstehe, also das ist sozusagen ein Filmemacher, der ein Gesamtwerk hat und nicht einfach nur irgendwie ein, zwei Filme komplett unterschiedlich einen Scheiß gemacht hat. Also das finde ich wahnsinnig wichtig. Wir kommen aus so einer Zeit, als die 80er die Programmkinos eine Blütezeit hatten, da war das so Standard. Manchmal verstehe ich das gar nicht, warum wir das so aufgeben, aber das ist die Bequemlichkeit, glaube ich, für die alle anfällig sind. Wie groß ist eigentlich eure Leinwand, Johannes? Das ist drei Meter breit. Drei, 20 breit. Ja, irgendwie so. Ja. Ja. Ja, ja. Und verschiedene Kinobetreiber, darunter auch Kalle Somnitz, haben gesagt, wir haben einen besseren Sound als in ihren Kinos, weil der Raum einfach klein ist und wir dafür ein völlig überdimensioniertes Soundsystem haben. Aber ich habe noch mal eine Frage an euch, also das würde mich nämlich auch mal interessieren. Du hast es vorhin mit Netflix angesprochen. Ich frage mich, und jetzt hast du aber noch was gesagt, was ich auch sehr wichtig finde, ist Netflix echt für Kinos eine Bedrohung? Weil ich kann mir das einfach nicht vorstellen. Ich habe immer das Gefühl, das ist doch scheißegal, was die machen. Die haben einen ganz anderen Auftrag. Völlig, völlig anderen Auftrag. Wir Kinos, eigentlich müsste man erstmal, finde ich, bei den Kinobetreiberinnen und Kinobetreibern gucken, was machen die denn eigentlich wirklich in ihren Kinos? Füllen die ihr Programm wirklich mit Leben? Ist da wirklich jemand dahinter, der sich Gedanken macht oder ist das einfach nur eine Filmabspielkammer, wo vorne gelangweilte Studenten, sorry, wenn welche im Publikum sind, aber das ist häufig so, stehen und fragen, ja, wollt ihr auch noch Popcorn dazu oder Apfelringe? Und das war es. Das ist dann mein Kinoerlebnis. Das ist mir persönlich einfach zu wenig. Und ich frage mich, wir haben Pulgasari, eine Kim Jong-Il-Produktion, den haben wir mehrfach gespielt, also auch eine sehr schräge Nummer. Und den kann man bei YouTube in voller Länge gucken. Und wir haben den trotzdem ins Programm gerückt und der war dreimal ausverkauft. Jetzt frage ich mich, warum gucken die Leute den im Kino, und nicht bei YouTube, weil es Kino ist. Und ich glaube, das gilt eben auch für diese ganze Netflix-Debatte. Wenn ich Roma im Kino sehen will, dann gucke ich den im Kino, dann gucke ich den nicht auf Netflix, irgendwie auf dem Tablet, sondern dann will ich den wirklich auf einer Kinoleinwand sehen. Und umso schädlicher finde ich es, wenn dann diejenigen, wo die Leute ihre Ansprechpartner haben, wenn dann die sagen, nee, den boykottieren wir den Film, das ist Netflix. Das finde ich nicht richtig. Und ich frage euch mal, wie ist das mit Netflix? Also wie empfindet ihr das? Das würde mich mal interessieren. Caro ist jetzt erstmal dran, ne? Ja, ich glaube, jetzt platze ich faszinierlich. Aber es ist ja tatsächlich so, und jetzt nicht nur, wenn man dann Netflix sieht, sondern es geht in allen Bereichen so. Bist du digital, ach, dann frisst es die DVD auf, ach, wenn du jetzt S-Wort machst, dann geht I ist T und T-Wort kaputt. Oh Gott, wenn du A-Wort gehst, dann ist unser S-Wort-Programm dahin. Und so steigert es sich immer weiter rein. Also ich glaube auch, das kann man nicht, weil die machen halt ein ganz neues Konzept auf, in dem sie Filme direkt mitproduzieren. Und es ist eigentlich ein neuer Ruck, der ja da auch durch die Programme geht. Und es ist eher genau das, ich sehe das auch ein bisschen, das Kino wird dadurch nicht aussehen, sondern es muss, ja, diese Attraktivität. Ich finde es total charmant, was ihr da auch macht, Claudia Bass, dass es wieder viel mehr diese kleinen Kinos gibt, auch mit Retro-Perspektiven, wo dann vielleicht auch eine Pommes dabei gegessen werden kann, wo man Begegnungsräume schafft und auch schwupps, wird es auch die Leute alle wieder mehr holen. Und wo man halt viel kleinere Kooperationen schafft und eben nicht, dass sich an einer Stufe zerfleischt wird. Wenn du das machst, dann geht das nicht mehr oder das machst oder das nicht mehr. Das glaube ich nicht, sondern es ist immer eine Frage, welchen Film habe ich hier, was zeige ich und was mache ich mit dem? Und es wird immer sein Publikum finden auf eine Art und Weise. Und nicht, dass immer diese große Angst sein muss, dass wenn ich diesen Weg gehe, weil ich zum Beispiel meinen Film kenne oder weil ich der Liebhaber von einem bestimmten Begegnungsraum bin, wäre es schade, ihm das zu nehmen, weil er wird weiter ins Kino gehen. Aber wenn die Kinos zum Beispiel nicht nur auch attraktiv sind oder das freundlich sind, dann wird es schon weniger, weil die ganzen Komplexe halt mittlerweile eher da sind. hast du aber auch einen Film, der online gezeigt werden kann, heißt es nicht, glaube ich nicht, dass die Menschen deswegen dann nicht mal damit ins Kino gehen würden, wenn er dann in der Retro-Perspektive gezeigt wird oder auch, wenn er vorher da eine Auswertung hat. Also ich glaube, es geht ein neuer Ruck und sie werden produzieren, aber sie schaffen halt eigentlich auch damit vielleicht Platz, um andere Filme auch wieder mehr mit ins Kino zu bringen oder dass man sich da größer irgendwie aufstellen kann und viel mehr wieder ins Kino gehen kann. Und derjenige, es wird dann halt Menschen geben, die das bevorzugen und die dies bevorzugen. Ich muss mal gerade kurz meine Rolle irgendwie sozusagen als Moderatorin beiseite stellen, weil ich ja nun auch zwei Kinos betreibe und ich gebe dir völlig recht irgendwie, dass die Dinge sich nicht ausschließen. Also da klar, Netflix und Kino kann völlig nebeneinander bestehen, aber dann müssen wir teilweise auch auf die Geschäftsbedingungen von Netflix gucken, irgendwie was Kino anbelangt. Also das heißt irgendwie, wenn Netflix den Kinos ein Ausspielfenster von fünf Tagen gibt, bevor sie den Film selber auf der Plattform veröffentlichen, dann haben die ein astreines Werbefenster geschaffen und das heißt irgendwie auf Kosten eigentlich der Kinos. Damit will ich nicht sagen, es müssen alle dann auch irgendwie, was weiß ich, sechs Monate einhalten oder wie auch immer, aber es muss irgendwie dann auch Möglichkeiten fürs Kino geben. Und das Kino oder auch gar das Arthouse, der Arthouse-Bereich, darf dann nicht dafür benutzt werden. Auch die großen Majors, die dann eben tatsächlich jetzt wie Disney oder Warner, dann teilweise die Kinofilme, die auf eine große Leinwand gehören, Roma eben auch, Roma ist hundertprozentig ein Film, den kann man eigentlich nicht streamen, den muss man auf der Leinwand sehen. Aber eben, wenn eben auch die Disney und Warner eben zum Beispiel als Majors ihre Sachen nur noch streamen, die Filme, die eigentlich fürs Kino vorgesehen sind, ist das halt einfach schwierig, weil das sind große Produktionen, wir haben jetzt auch Glück, weil wir ein kommunal unterstütztes Kino sind, wenn auch kein kommunal ist, aber kommunal unterstützt. Wir können uns irgendwie ein vielfältiges Programm eben auch leisten, auch Retrospektiven leisten, die sozusagen irgendwie für ein spezielles Publikum sind. Aber wir brauchen natürlich für die Wirtschaftlichkeit auch immer Filme, die Menschen ins Kino holen. Und das darf man einfach nicht außer Acht lassen. Ich finde total genial, was Johannes und Wiebke machen, aber das können wir uns nicht leisten. Also das ist einfach so, in dem Moment, wo du Vorführerinnen, Kassenleute irgendwie brauchst, ist das irgendwie alles nicht mehr machbar. Damit sage ich nur, so einfach ist es nicht. Nee, die Fenstermentalität ist sowieso grausam. Also wenn man eh aus, ich bin ja jetzt auch ein, wenn man aus dem Independent-Vertrieb kommt, wäre es halt ja aber auf der anderen Seite auch Kino first, sicherlich. Aber wenn man dann nachher zum Beispiel keine Sperrzeitverkürzung bekommt, um nachher vernünftig einen Anschluss zu knüpfen, damit dann auch digital oder Home-Entertainment-mäßig rauszukommen, ist es auch genauso schwierig. Aber es ergeben sich ja, oder wenn man halt jetzt auch gerade in der Pandemie versucht, eigentlich kinofreundliche Alternativen zu schaffen, die eigentlich eher in Richtung Filmemacher gehen, also die da stehen und händeringend einen Platz brauchen, um ihre Werke überhaupt zeigen zu können. Und dann liegen da halt Sperrfristen drauf oder sonst Sanktionen, die Förderungen zurückziehen und so weiter. Damit wird der Film an sich ja zerfleischt auch schon. Und das ist halt immer die Frage, kann man da nicht alle ein bisschen weiter aneinander rücken? Also es gibt halt wohl anscheinend immer den, entweder sei es jetzt mal der große Streaming-Bereich oder halt auch die Politik, die halt sagen, wir halten da den Daumen drauf und man kann nicht als Einzelprojekt irgendwie verargumentieren, mein Film bräuchte jetzt aber dies und ich beteilige, ich zahle an Kinos mit, ich gehe in die Töpfe, gebe ich Einnahmen ab und ich werde auch brav meine Förderung zurückzahlen und so weiter. Das ist ja auch etwas, wo man, denke ich, in alle Richtungen ein bisschen kreativer sein könnte. Und ich sehe das definitiv, dass das schwierig ist für die Kinos, wenn jetzt halt die Großen kommen und da einen ganz neuen Bereich aufbauen. Aber wahrscheinlich ist es genau das, wo Kinos sich fragen, oh, wo bleiben wir denn? Ist ja auch das, was wahrscheinlich ein anderer, ein kleiner Film, wahrscheinlich das Problem hatte, weil er an die Haustüren geklopft hat, wo kann ich gezeigt werden? Soll ich jetzt auch nochmal kurz sagen? Ich glaube, Netflix ist das Ende der Welt, ehrlich gesagt. Ich glaube, Netflix ist das Ende der Welt. Das kann kein harmonisches Miteinander geben. Also ich meine, das ist so, die große Corporation sagt, was wir gut finden oder was wir wollen. Es wird sozusagen keine, und wir sehen doch jetzt auch schon, die kriegen die Preise, haben wir beide schon drüber geredet, die schleichen sich sozusagen in so Kino-eigenes Terrain irgendwie. Die haben jetzt ihre Oscars gewonnen, die produzieren die Filme. Am Anfang haben sie noch alles gekauft und alle Filmemacher haben gedacht, oh geil, Netflix kauft unsere Filme. Und Film ist nun mal eine Kunstform, die Geld kostet. Und damit sammeln sie sich alles ein. Am Ende hat Netflix kein Interesse an kuratiertem Programm, sondern ist ein verdammter Algorithmus, der alles rausschmeißt, was irgendwie nicht so gut läuft, wie irgendwas, was so einfach so durchmarschiert. Und das heißt, es entstehen auch nicht mehr Filme, die wir lieben. Oder warum gucken wir Retrospektiven oder sowas. Das interessiert niemanden mehr. Das wird es bald nicht mehr geben. Und deswegen finde ich, darf man sich sozusagen nicht seinen eigenen Ast absägen, indem man mit dem Teufel irgendwie kooperiert. Und ich finde auch, ein Regisseur wie der, wie heißt der Roma, hat seine verdammte Seele verkauft, wenn er den Film sozusagen mit Netflix macht. Und er hat keine Chance, ins Kino zu gehen. Und das finde ich. Und der gehört auf die Leinwand. Ob man ihn gut findet oder schlecht, aber wenn die das bezahlen, dann passiert das eben so. Und dann wird er nicht mehr ins Kino genommen. Und deswegen wird es irgendwie sukzessive bergab gehen mit unserer Kultur. Gut, da würde ich jetzt mal ganz eindeutig eingreifen. Ich sehe da echt schwarz. Eingreifen und wieder sprechen. Ich glaube, es gibt doch keinen Ausweg. Ich würde es, nee, dem würde ich jetzt nicht zustimmen. Also ich meine, sicherlich, Netflix und Co. kriegen wir nicht mehr weg. Das wird nicht verschwinden. Das wird genauso wenig verschwinden wie das Fernsehen oder wie andere Dinge, die das Kino bedroht haben. Das ist dann eher die Frage, als Kino, da muss ich gucken, was ist denn Kino eigentlich noch? Sicherlich würde ich sagen, es ist die große Leinwand, es ist das kollektive Zusammenkommen. Aber Kino ist eigentlich viel mehr. Eigentlich muss das Kino als Ort wirklich in der Stadt oder in dem Raum der Ort des gesellschaftlichen, des sozialen Zusammenkommens sein. Da muss Kino hindenken. Aber es muss ja die Filme auch noch geben. Es muss ja noch Filme geben, die man im Kino gucken will. Es genügen Filme auch immer noch. Also ich muss sagen, ich kriege mehr Anfragen von Menschen. Das hat gebügelte Streamline-Ware, die wird noch produziert. Nein, es wird auch, es wird nicht nur Streamline-Ware produziert. Ich habe immer ein Programm. Wir haben so viele Filme, die sagen, die werden woanders, nirgends versehen, die gehören ins Kino, die finden auch vielleicht im Kinoplatz, die wird keine Plattform kaufen. Also ich glaube, es gibt so viele Debütfilme, es gibt so viele interessante die werden auch nicht mehr produziert. Entschuldige, aber die werden ja schwerer produziert. Du kriegst ja kein Geld dafür zusammen, wenn du den nicht auswerten kannst. Also die Gefahren gibt es. Nie. Die Gefahr ist da, definitiv. Auf jeden Fall. Aber es wird sie geben, es wird sie auch immer im Weiteren geben. Da wieder die Frage, wie kann man sich zusammentun und auch versuchen dagegen, einen neuen Weg zu beschreiten, der sich halt nicht ausschließt oder zerfleischt, wie gesagt, wenn du das zerstörst, dann kriegst du nicht und so weiter, sondern, dass man halt da andere Wege bestreitet und auch durchaus mal einen Schritt in die eine Richtung, in die andere, aber irgendwie gemeinsam ein anderes Ziel findet, das sich finanzieren, wieder Geld in die Kasse spürt, um weiterzumachen. Reden wir nochmal über die Nordmedia. Du bist ja im Aufsichtsrat. Da wird ja auch schon gesagt, als Festival musst du irgendwie mir beweisen, dass du irgendwie digital weitermachen kannst, weil es für die nächste Pandemie ein bisschen gewappnet sein musste. Also wir bügeln uns ja gerade alle da drauf ein. Was wird noch gefördert auch? Also wir werden fett von der Nordmedia gefördert. Ja, oder? Ja. Also wir haben... Also als Kino, die Kinobetreiber... Wir haben was gekriegt. Habt ihr was gekriegt? Ja. Ja? Also die Kinobetreiber in Niedersachsen können sich auch nicht beschweren. Doch. Ja, also natürlich, beschweren kann man sich immer. Es gibt auch Bundesländer, die die Kinolandschaft stärker gefördert haben als die Nordmedia. 15 von 16. Das glaube ich auch, aber... Nein, es gibt ja auch sonst Kinoförderung. Also gut, das wäre jetzt ein anderes Feld. Das ist jetzt, glaube ich, wirklich auch etwas schwierig hier, weil wir dienen können als Aussichtsrat, weil ich, glaube ich, andere Aussichtsräte habe, die andere Meinung als ich sind. Das wäre jetzt, glaube ich, hier nicht der richtige Ort oder das können wir vielleicht mal so besprechen. Aber... Ich glaube wirklich, also es wird Kinos geben. Also wenn wir über Kinos sprechen, das Kino gibt es ja nicht. Es gibt Kommerzkinos, es gibt Gewerbtes, es gibt kommunale Kinos. Also da müssen wir gucken, so welche Kinos leiden denn? Es werden sicherlich die Kinos leiden, die eine große Schnittmenge haben, wo ihr Publikum sagt, wir sind ein Netflix-Publikum und die vielleicht sagen, dann gehe ich jetzt weniger in das Kino. Aber ich finde, Kino kann sich immer noch behaupten. Wie gesagt, Kino muss sich sicherlich nochmal neu definieren. Also das Kino, was wir jetzt kennen, das wird so in zehn Jahren nicht mehr funktionieren. Also die jetzt gerade eine ziemlich gute Diskussion führen, sind für die Bibliotheken. Wenn ich jetzt über ein Aarhaus oder Rotterdam denke, zu gucken, so was kann eine Bibliothek eigentlich im Ort als Agora oder als Ort des Zusammenkommens sein. Und das müssen Kinos letztendlich auch werden. Unser Kino zum Beispiel macht erst nachmittags auf, das ist morgens zu. Außer vielleicht für eine Schulvorstellung. Das kann nicht sein. Eigentlich müssen Kinos Orte sein, die rund um die Uhr offen sind, die kommerzfrei sind, wo Leute einfach so hingehen können. Natürlich werden da Filme gezeigt, aber da findet der Gesellschaft Dialog statt. Und dafür haben wir immer Filme. Ich würde tatsächlich auch ganz gern noch widersprechen. Ich hänge mich da mal bei Holger mit rein. Weil ich finde diese, also für mich ist die Frage, wenn wir denn uns hinsetzen und uns genau so ergeben und sagen, Netflix ist der Todfeind und ist der Untergang des Abendlandes, dann sagt das nichts über Netflix, sondern... Ich habe nicht gesagt, dass wir uns ergeben müssen. Ich habe nur eine Feststellung gemacht, wo das Problem ist, wenn wir sozusagen in eine... glauben, dass wir in eine friedliche Koalition eintreten können. Das glaubt ja niemand. Das glauben wir, glaube ich, alle nicht. Die Frage ist nur, wie präsentiere ich mich als Kinobetreiberin oder Kinobetreiber? Möchte ich der trommelnde, wütende kleine Zwerg sein, der sagt, oh, das ist alles so gemein, die machen es mir wirklich schwer und stehe hinterher da wie der allerdürfste Idiot, wenn meine Gäste mich fragen, ja, warum spielt ihr denn Roma eigentlich nicht? Warum können wir den bei euch nicht gucken? Warum nehme ich nicht das Heft in die Hand, hole die Gäste in mein Kino und kläre die dann, wenn sie erstmal da sind. Ich spiele diese Filme, sage, okay, ich gehe diesen Deal ein, aber wenn die da sind, dann muss ich schon mal die Eier in der Hose haben oder was auch immer als Kinomensch und muss mich vor die Leinwand stellen und kläre mal meine Gäste auf, was da eigentlich los ist. Zu was für Bedingungen Netflix die Kinobetreiber knebelt. Das finde ich viel intelligenter, als von vornherein zu sagen, wir boykottieren alles, was da kommt, sind einfach nur enttäuscht und sauer, finden das alles blöd, erklären Netflix zum Erzfeind, keine Sau versteht das. Das, was am Ende ankommt bei den Leuten ist, die Kinobetreiber wollen es nicht spielen, müssen wir es halt auf Netflix gucken. Die Gründe, völlig egal, es interessiert keinen Menschen. Wenn wir irgendwas gegen diese Plattform ausrichten wollen, wenn wir irgendwo uns behaupten wollen als Kinos, dann nur mit unseren Gästen zusammen und Hand in Hand und das geht nur, wenn die da sind und wir die aufklären, was da los ist und nicht hinter verschlossenen Türen einer AG-Kino-Gilde eine Marschroute ausgibt und sagt, boykottiert bitte alle diese Filme, alle laufen hinterher wie die Schafe und das Ende vom Lied ist, die Leute gucken das auf Netflix und haben die Kinos vergessen in dem Zusammenhang. Das finde ich nicht richtig. Also ich würde mir überlegen, ob ich eine unbezahlte Riesenwerbekampagne für jemanden mache, der sozusagen gegen mein Gewerbe agiert. Ich würde mir das überlegen, ich würde das niemals machen. Also ich glaube tatsächlich, es kommt immer drauf an. Also es geht nicht darum, irgendwie zu sagen, wir zeigen keine Netflix-Filme, sondern es geht irgendwie auch darum zu gucken, okay, wie sind jetzt gerade die Bedingungen. Bei Roma war das auch so, es muss eben eine Kino-Ausspielung geben, damit der überhaupt für den Oscar nominiert werden kann und so etwas und da will ich mich als Kinobetreiberin einfach nicht missbrauchen lassen. Das ist so und also weil da war ganz klar, ich werde benutzt. Es gibt ganz andere Sachen irgendwie, wo man sagt, klar, die können wir spielen, die können auch parallel irgendwie auf Netflix laufen und im Kino laufen. Das ist gar kein Thema. Es ist auch so, dass irgendwie die meisten Netflix-Abonnentinnen irgendwie, die gucken Serien. Das sind gar nicht unbedingt die Langfilme. Das ist tatsächlich 80 Prozent irgendwie aller Sachen, die auf Netflix geguckt werden, sind Serien. Nicht umsonst hat irgendwie Maria Schrader ihr unorthodox irgendwie vier Teile bei Netflix, aber ich bin dein Mensch geht ins Kino. Also die guckt auch, wo kann sie irgendwie was machen. Damit will ich sagen, die Dinge widersprechen sich nicht unbedingt. Aber wir müssen natürlich irgendwie, ich spreche schon wieder als Kinobetreiberin, aber da müssen wir natürlich irgendwie darauf gucken, was wollen die von uns. Ich will mich nicht ausnutzen lassen, also ich will mich nicht benutzen lassen, aber das heißt nicht, dass man diese Sachen nicht spielt, sondern die Frage ist, wann spiele ich die? Spiele ich die irgendwie in diesen fünf Tagen, die mir Netflix gibt oder frage ich irgendwie an, können wir das spielen? Und wenn Netflix mir das gibt, also rausrückt, wann immer ich das will und spielen will und wenn es passt, wenn ich eine Retro machen will oder keine Ahnung und ich kriege es von Netflix, alles gut, wunderbar, dann können wir das so machen. Aber wenn Netflix mir sagt, du kannst es an diesen Tagen spielen und dann aber nie wieder, dann sage ich, das überlege ich mir nochmal, ob ich das tue. Und was machst du, wenn Netflix jetzt Kinos in Deutschland aufmacht? Das ist für mich noch so eine Frage, das passiert in den USA und das ist das Intelligenteste, was die überhaupt machen können aus wirtschaftlicher Sicht, selbst Kinos aufmachen, andere Filme zeigen, können sie ja machen, ist ja easy, wenn man so groß ist, die eigenen Filme spielen und den Leuten sagen, wenn ihr ein Abo habt, zahlt ihr 2,50 Euro eintritt, kriegt Zeit dann für so einen riesen Becher Popcorn irgendwie 15 Euro, einen Liter oder zwei Liter Cola noch dazu, aber das ist ja, auch dagegen müsste man sich ja als Kino behaupten können, aber die Frage ist für mich wie und dann geht es für mich nur über den persönlichen Draht zu den Gästen. Also ich glaube, das ist also die Erfahrung, die hat uns in der Hinsicht, zumindest in der Pandemie, den Hintern gerettet, weil wir haben so viel Publikum, also wir begrüßen alle mit Handschlag an der Tür, das geht in großen Kinos nicht, das ist mir schon klar, da haben wir natürlich ein Riesenglück, dass das bei uns eben funktioniert und dass wir die Leute in den Arm nehmen können. Aber die Frage ist dann, was kann man in groß, für mich ist es viel wichtiger zu fragen, was kann man in den großen Kinos tun, um den Leuten wieder so einen richtigen Ort, Holger hat es gerade angesprochen, so einen sozialen Ort zu bieten, so eine Versammlungsstätte, wo die dann nachher auch sitzen bleiben wollen, wo die Lust haben, miteinander zu quatschen und das ist, finde ich, eine viel wichtigere Aufgabe für die Kinos, als zu gucken, was für Konkurrenz oder was für Unwägbarkeiten gibt es da. Ich fand das so irre, hier das Filmbüro Niedersachsen, die haben uns nur ein einziges Mal eingeladen zu so einer Sitzung, danach nicht wieder. Ich bin da in Ungenade gefallen, weil da saßen sie alle und dann war da irgend so eine Werbeagentur eingeladen aus Cuxhaven oder so, irgend so ein Werbemensch, der hat die, hat anderthalb Stunden auf diese Schafe da eingeredet und hat gesagt, ihr müsst Facebook-Werbung machen, ihr müsst in Facebook-Werbung investieren und die sagten, oh ja, toll und dann so überlebensgroße Standfiguren von irgendwelchen Pappfiguren aufstellen, ja super und dann habe ich mich gemeldet und habe gesagt, warum nehmt ihr nicht mal eure Gäste in den Arm? Hört doch auf mit diesem Scheiß, ihr müsst gar nicht so viel investieren, stellt euch selbst da abends hin und sagt, wie geil, dass ihr da seid. Schön, dass ihr euch Kino angucken wollt und kümmert euch als Cineasten um die anderen Cineasten, die kommen und da habe ich nur gehört, ihr habt sowieso nur 24 Plätze, ihr seid gar kein richtiges Kino, Dankeschön. So, okay, ist in Ordnung, kann man so machen. Hat Nokia mit Apple irgendwann auch gemacht? Ja. Ich würde jetzt noch einen draufsetzen, auch wenn die Diskussion jetzt ganz woanders hingeht. Hier dein Festivalleiterkollege Lars-Henrik Gass. Er hat ja einfach gesagt, Kino an sich gibt es nicht mehr. Kino muss museal werden. Kino kann nicht ja nur noch so funktionieren. Also mit Kino kann man kein Geld mehr verdienen. Kino kann eigentlich nur noch ähnlich wie Theater oder Museen subventioniert funktionieren. Dann würden eigentlich nur noch entweder kommunale Kinos hinterher überleben oder vielleicht noch, genau was du jetzt gerade gesagt hast, Netflix-Kinos, die dann sozusagen von Konzernen betrieben werden und dazwischen gibt es dann kein Kino mehr. Also ich teile diese Angst nicht, aber ich finde diese Vision nachdenkenswert. Also ich will an der Stelle nur mal ergänzend sagen, Lars-Henrik Gass ist irgendwie Leiter des Kurzfilm-Internationalen Kurzfilm-Festivals in Oberhausen. Damit wären wir eigentlich schon wieder beim Kurzfilm-Programm. Weil, nun ja, also irgendwie Kurzfilm ist natürlich auch, was da in den Kinos läuft. Es hat jetzt übrigens das Festival auch zweimal rein digital irgendwie stattgefunden. Die haben jetzt versucht, auch irgendwie Präsenzveranstaltungen zu machen auf dem letzten, aber das hat auch nicht so richtig ganz funktioniert. Aber nichtsdestotrotz, also ich finde, das ist auch nochmal speziell. Er hat den Blick halt sehr aus dem Kurzfilm-Bereich und ich glaube, das ist schon nochmal eine andere Sache auch. also nur um das zu ergänzen. Wenn wir über Kinos reden, dann ist das möglicherweise bei mir irgendwie was anderes im Kopf los als bei euch, weil für mich bedeutet das eine ganz bestimmte Art von Filmen. Und da, das glaube ich, ist in Gefahr. Ich habe, wir haben eine Kooperation mit dem großen Branchenmagazin, mit dem Hollywood Reporter und der Europa-Chef hat mit mir sich unterhalten und hat dann gesagt, es ist schon möglicherweise ganz interessant, also auch warum die mit uns eine Kooperation eingegangen sind, weil wir ja nun so ein kleines, schräpeliges Festival sind und nicht irgendwie so ein großes A-Festival, was die sonst so eigentlich auf der Liste stehen haben. und er hat gesagt, wenn wir jetzt so weitergucken, Netflix wird mehr und mehr zum Erfolgsmodell, die ganzen Studios fangen jetzt an, ihre Filme nicht mehr irgendwo wegzugeben, sondern bauen sich selber ihre Plattformen auf und werten die lieber digital aus, für die ist die Pandemie ja geradezu großartig zurechtgekommen irgendwie. Und dann, das fand ich ganz interessant, dann meinte er, dann wird sozusagen das Kino, was ihr macht, also was wir machen in Oldenburg, möglicherweise eine Chance oder die einzige Chance oder die Chance für Kinos zu sein, zu überleben. Dann wird es vielleicht wieder so eine Gelegenheit geben, weil die Studios sowieso ihre Filme nicht mehr in die Kinos geben. Die großen Blockbuster, James Bond wird online ausgewertet, ist viel besser, macht man mehr Kohle mit. Dann könnte sich vielleicht wieder irgendwas in den Kinos entwickeln, was sozusagen Filme sind, die wir noch so, wo wir so denken, ja warum gibt es die, warum macht die keiner mehr? Wo es sozusagen anspruchsvolles Kino für Erwachsene ist, ehrlich gesagt. Und das wird uns ja nicht mehr gegeben. Das ist so PG-13, muss nachmittags durchlaufen können, dürfen alle gucken, darf keine Ecken haben und keiner darf da irgendwie fragend rausgehen aus dem Kino und denken, was sind das jetzt gewesen? Muss ich mich nochmal mit befassen. Und das ist vielleicht die Gelegenheit für Kinos. Aber mal gucken, ob das passiert. Ich würde gerne auch nochmal irgendwie die Gelegenheit geben, Fragen zu stellen. Gibt es noch Fragen aus dem Publikum auch an innovative Kinobetreiber, konservative Kinobetreiber, kommunale Kinobetreiber, Videoplattformen on Demand und Verleih oder eben auch nochmal ans Festival. Ja. Mir geht nur so ein bisschen gerade so durch den Kopf, war jetzt eine Regisseurin vom Film, ich glaube Nico war es gewesen, während des Festivals und die hat gesagt, ja mit ihrem Film, ja, also Deutschland hätte kein Publikum für diese kleinen Filme, da wäre Frankreich eben anders, weil in Frankreich gibt es ja eben dieses Arthouse-Publikum. Stichwort so, was für eine Theater- oder Filmkultur haben wir in Deutschland, ist es möglicherweise eine kulturelle Frage, dass praktisch ein anderes Land wie Frankreich anders mit seinem Kino umgeht als in Deutschland und kann man da vielleicht auch nochmal irgendwie was berücksichtigen oder kann man da was ändern oder muss man das Kino anders abholen, so das ging mir jetzt eben so durch den Kopf. Ich kann was dazu sagen als Aufsichtsrat der Nordmedia, wir sind ja eigentlich, nein, wir fördern ja Filme und Kinos, wir fördern eigentlich auch den kulturellen Film, aber wenn ich dann schaue, was wir fördern, dann fördern wir manchmal eher den wirtschaftlichen Film und das ist glaube ich bezeichnend für die Filmsituation oder für die Kinosituation in Deutschland, dass von vieler Seite einfach Film als ein Wirtschaftsgut gesehen wird. Da wird Geld reingesteckt, da muss das Geld hinterher wieder rauskommen und dann ist es gut. Ich finde, das ist verkehrt und das glaube ich, dass es in anderen Ländern anders gesehen wird und da sind wir in Deutschland noch ein bisschen hinterher. Frankreich ist ja nur ein Beispiel, noch viel krasser ist es in Südkorea. Also da laufen die stärksten Filme im Kino mit 11 Millionen Zuschauerinnen und das sind Independent-Produktionen teilweise. Also die gucken alles, was sie gucken im Kino. Und das ist schon ziemlich besonders. Also ich meine natürlich, was Holger gesagt hat, das trifft es schon. Also gerade die Hofer Filmtage, ich war jetzt gerade mit Wiebke da, wir haben uns die moderiert abends und da hat den Förderpreis Neues deutsches Kino einen Port-au-Prince-Film gefunden, nämlich das Schwarze Quadrat. Wenn du mich jetzt privat fragst, ich fand den Film, ja, das ist ein solide produzierter, ordentlicher Film, hervorragend besetzt mit Sandra Hüller und Bernhard Schütz in den zwei tragenden Hauptrollen und Jakob Matschens. Aber das ist jetzt, also das ist einfach irgendwie, das ist nichts. Das ist halt einfach so ganz nett, es ist ganz lustig, das wissen auch alle, die den gemacht haben, aber der Film zieht. Der läuft jetzt in den Multiplex-Kinos, aber der kriegt einen Förderpreis Neues deutsches Kino und dann noch den Kritikerpreis. Also das ist das komplett verquer. Natürlich, die Leute haben frenetisch gejubelt, wir haben ein Publikum hier für sowas, es gibt ja auch ein Publikum für Til-Schweiger-Filme. Wir machen vor jedem Screening ein offizielles Til-Schweiger-Bashing. Til-Schweiger ist einfach ein Riesenfeind der deutschen Kinolandschaft, das weiß jeder, der ihn kennt und jeder, der schon mal Filme von ihm gesehen hat, der hat gesagt, kleine Outhouse-Filme und kleine Outhouse-Filme und kleine Outhouse-Kino braucht kein Mensch, müssen alles in die großen Filme packen. Es ist halt schwierig, das ist nicht so einfach. Fakt ist aber, wir brauchen diese Filme tatsächlich auch, weil die wiederum auch die Filmförderung mit pushen. die Einnahmen aus diesen Filmen wiederum gehen auch in... Das war ja nicht vom schwarzen Quadrat anzubäschen, sondern dass man da schon ein bisschen höher anfängt. Also das ist ja eigentlich genau auch ein Film, der so eine Waage hält, der trotzdem die Geschichte hat, die er zu erzählen hat, die er auch so schon independent und künstlerisch aufbereitet ist und dafür reingelassen. Na du, aber pass auf, das ist ja auch so eine Geschmacksfrage. Es ist Geschmack, purer Geschmack. Und deswegen, da darfst du jetzt aber auch nicht so hoch oder tief schaffen, je nachdem, sondern das ist wieder diese Fleischungsmentalität, die eigentlich da vielleicht auch mal, die nicht so stattfinden sollte, weißt du? Also so da eine Mitte finden für das Ziel, was dann der Film auch hat. Das ist aber langweilig. Eine Mitte ist langweilig, ich will lieber draufhauen. Ich glaube, Johannes hat ja auch nicht den Film, Johannes, du hast ja gar nicht den Film gebashed, sondern du hast in dem Fall sozusagen eine Entscheidung einer Jury gebashed, was völlig abwegig war. Der Film hat seine Berechtigung, gar keine Frage, der ist ja ein solider Film. Aber der kann nicht irgendwie das Flaggschiff des Vorwärtsbewegung des neuen deutschen jungen Kinos sein. Vor allem, wenn du im Publikum diese Frage stellst, ist halt genau das Ding, welche Signale werden mit so einer Juryentscheidung auch an andere Filmemacherinnen gesendet, die nicht mit 1,8 Millionen Budget produziert haben, sondern ihren Film für 50.000 gemacht haben, einen eigenen Bausparvertrag aufgelöst haben und davon einen Film produziert haben. Das ist einfach ein schlechtes Zeichen. Das geht nicht um den Film, es geht nicht darum, den Film zu bashen, sondern es geht einfach darum, das ist die Frage, der Film macht seinen Weg sowieso, der läuft hier in den Multiplexen, die machen eine große Kino-Tour, der wird seine Zuschauer holen. Die Frage ist halt, was am Ende für andere da übrig bleibt und wie die Filmförderung dann aussieht und das finde ich einfach schwierig. Und wenn du dann deinen Bausparvertrag aufgelöst hast und vielleicht noch einen Tick Förderung kriegst, bist du sofort an Regularien gebunden, die dir ganz strikt auch vorgeben, wie du den auszuwerten hast, wie du dich zu verhalten hast und das ist auch etwas, da müssen wir meiner Meinung nach unbedingt Stellschrauben gestellt werden, weil sonst hat auch keiner mehr Mut, genauso sowas zu machen. Und wenn du dann da stehst und eben auch nichts mehr an der Hand hast und ewig warten musst, bis du irgendwo an dein Ziel kommst und deine Sendezeiten erreichst und so weiter, da muss eigentlich, da muss ein Ruck durchgehen, weil sonst stirbt das alles aus. Frankreich eigentlich immer noch eine verpflichtende Quote für französische Filme im Kino? Ich glaube ja, ne? Das ist vielleicht auch noch so ein Punkt. Also da gibt es eine Quote, die an französischen eigenen Produktionen im Kino gespielt werden muss. Aber wollen wir so viele deutsche Filme dann sehen? Ich weiß auch nicht, ob die Quote das Richtige ist. Ich glaube, die Förderbedingungen sind tatsächlich irgendwie der Knackpunkt dabei, um diese Frage da zu beantworten. Also dass da tatsächlich irgendwie ein ganz anderer Wert darauf gelegt wird, auch auf die Bandbreite der Filme. Die haben auch Stars irgendwie. Das ist sozusagen das einzige Kino, glaube ich, was so annähernd für sich selber so funktioniert, dass das so einen großen Effekt hat, wie Hollywood das herstellen kann. Das kriegen wir auch nicht hin. Und da sind manchmal so die bescheuerten Komödien grandiose Filme auch. Wir hatten auch schon mal so welche im Programm, wo man so denkt, Alter, das ist total Gaga-Humor. Aber wirklich richtig gutes Filmemachen, das geht irgendwie bei uns auch nicht zusammen. Ich weiß auch nicht, die Antwort wüsste ich auch gerne, was in Frankreich anders ist oder so, wie die das hinkriegen. Wir als Publikum sind ja auch nicht blöder als das französische Publikum, würde ich jetzt mal behaupten. Man kann uns auch mit Qualität erfreuen. Weitere Fragen noch? Ich glaube, es melden sich parallel 23 Leute in der obersten Reihe. Gut, dann müssen wir leider, obwohl es ja gerade auch spannend wird, wenn auch nicht um das Streaming, aber irgendwie um ganz andere Themen, nämlich was für Filme laufen im Kino, was zeigen wir eigentlich, wie ist die Auswertung, wie kann man anders fördern, bestimmt nochmal irgendwie auch ein Thema für weitere Gespräche, vielleicht ja auch im Anschluss hieran irgendwie unter sechs oder acht Augen, aber ich glaube, da müssen wir einfach zeitlich zu einem Ende kommen. Ich bedanke mich sehr, also ich nehme als Kinobetreiberin von euch eine ganze Menge mit, muss ich ganz ehrlich sagen, also gerade eben, weil es auch die unterschiedlichen Positionen gibt und von daher freue ich mich sehr und sage dann danke an euch. Danke. Und schönen Abend noch. Danke. 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 Danke.